so hallo einen schönen guten abend ich bin heute etwas spät dran gewesen und ja deswegen war der starting screen heute nicht ganz so lang hallo kerstin ich grüße dich darauf sind auch noch nicht so ganz viele da aber ist nicht schlimm ja wie man sehen kann habe ich hier noch ein bisschen dran umgewerkelt wir haben gleich auch die ersten 100.000 kilo in unserem magma tank dauert nicht mehr lange ich habe auch dafür gesorgt dass wir hier wieder ein vakuum haben hallo tron ich grüße dich einen schönen guten abend und hallo carsten vielen dank für dein abo im siebten monat vielen vielen dank schön dass sie da seid ja ich habe ja gesagt dass ich das vakuum hier wieder herstellen werde ich habe den spielstand entsprechend geladen und habe hier auch keine schleuse bis jetzt richtig reingebaut ja den raum schon mal so weit gebaut wie wir das letzte mal hatten und ja der tank hält bis jetzt noch obwohl wir jetzt 100.000 kilo schon drin haben was mich natürlich sehr freut ja und der plan für heute ist dass wir auf jeden fall mehr schächte bauen eine andere sache die ich halt wieder gemacht habe ist mal weiter aufräumen lassen hier liegt immer noch unfassbar viel zeug rum und ich habe mal weiter gebuddelt wie man denke ich mal sehen kann ist hier einiges weggekommen ja das war es dann eigentlich auch schon also dass ich wie viele zyklen es waren 20 oder so die ich laufen lassen habe ohne einfach mal die duplikanten ein bisschen aufgeräumt haben bisschen gegraben haben ja ich habe noch ein paar andere sachen aufgeschrieben wenn wir dazu kommen werden wir die auch noch machen und ja ich würde sagen wir fangen dann direkt an mit dem spaß hier und ja bauen mal die nächsten schächte so ich habe ungefähr geguckt gehabt wo wir die setzen müssen wir können ja leider immer nur von links oder er könne halt die pumpe man nur so setzen wie hier deswegen brauchen wir dann hier noch ein dann brauchen wir ungefähr hier noch ein und ganz hinten brauchen wir halt auch noch ein zwei zwei drei schächte müssen wir noch bauen dass wir eine arbeit okay wir werden das auch auf jeden fall so handhaben wie hier dass die duplikanten drüber her laufen müssen wenn sie zeug da weg holen das heißt wir machen jetzt erstmal hier was drüber und dann setzen wir hier gleich wieder eine tür hin dass sie nur durch die eine seite durch dürfen und jetzt ist die frage was ist am sinnvollsten zum nach unten buddeln also sechs runter wären so ja das würde auch passen so wie ich mir das da gemacht hatte wir kommen halt nicht drum herum also hier sind hier ist halt leider obsidian zwischen da müssen wir schauen wie wir es machen wird wieder interessant so dann lassen wir sechs dazwischen können hier schon mal buddeln wir werden anschließend hier natürlich auch wieder weiter buddeln und hier müssen wir wieder eine leite nach unten setzen stop nicht aus granit das wäre nicht so cool granit wäre hier schlecht so obsidian ich hoffe wir haben ja sieht gut aus wir haben hier keinen überdruck drauf dementsprechend haben wir hoffentlich das glück dass wir uiuiui das gibt bestimmt wieder verbrennung ja möglich ist das möglich ist das das möchte ich nicht ausschließen also es wird vermutlich zur verbrennung wir setzen hier wieder eine tür hin hallo fragen ich grüße dich schön dass du da bist so wie was wir hier auf jeden fall noch machen ist hier auch leiter nach unten setzen damit die ein bisschen besser da dran kommen und die allerbeste doktoren der kolonie ist immer noch am durchs weltall tieren stimmt da können wir mal im nachgucken glaube ihr seid nämlich beide da ja ihr seid aktuell beide noch da hier ist mal wieder irgendwas schief gelaufen wahrscheinlich durch den durch den höchste laden jedoch nicht okay das ist einfach eine falsche anzeige hier da ist genau gleich viel drin so viel wie drin sein soll jetzt 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 die anzeige auch richtig hier sind sie natürlich noch nicht fertig und ja während ich halt aufgeräumt habe und gebuddelt habe ist mir mal so aufgefallen hier liegt ganz schön viel zeug rum ein demoliertes saxophon hat der legolas mitgebracht und kerstin hat schon viel stuff mitgebracht eine kaffeemaschine ein eiförmigen fels ein mixer ein demoliertes saxophon biolumissierender fels tornado felsen moldavid und veraltete technik also kerstin war fleißig so viel können wir schon mal sagen stromtechnisch sieht es gerade ganz gut aus also hier ist auch ganz ordentlich hitze im dampfraum drin die batterien sind ganz ordentlich geladen 10,5 ja gut jetzt fängt jetzt gerade auch der tag wieder an hier ist mir aufgefallen dass wir noch eine automatisierung drin hatten die alles immer runter gedroppt hatte und das ist falsch sehe ich gerade und ich habe das mal abgestellt weil tatsächlich die temperatur hier drin nicht besonders geil war dementsprechend lassen wir das da jetzt drin länger liegen die trompete wollte krille doch haben gersten hat eine mülldeponie gefunden ja möglich möglich ist das also es macht nicht so viel sinn nach jedem meteoriten schauer hier die sachen zu droppen weil das petroleum sich dann tatsächlich ganz ordentlich abkühlt und wie man sehen kann ist das regolith hier drin halt immer noch sehr heiß 230 240 grad müssen wir mal beobachten wie sich das so einpendelt und ab wann man wirklich sagen müsste ok wir droppen das jetzt mal vielleicht bauen wir das auch nochmal hier auch entsprechend um weiß nicht wie es hier aussieht wir haben hier regolith 224 grad 3100 tonnen ist halt nicht so geil ne mein 224 grad ist jetzt nicht so wild aber es zieht natürlich massiv die temperatur runter im gegensatz zu den 250 270 grad die wir eigentlich haben müssen wir mal schauen nichtsdestotrotz wir machen natürlich heute hier weiter abo eicheln haben wir keine verfügbar ich habe die zwischendurch schon mal einpflanzen lassen hier also hier fehlen nur noch zwei stück und dann könnten wir hier weitermachen ich habe übrigens auch eine erklärung gefunden warum die habs spross dinge hier oben durchgehend am wachsen sind weil wir immer noch manuell hier ernten aufgrund der abo eiche naja und bei den pips sieht es tatsächlich so aus dass ich jetzt vereinzelt mal welche gefunden habe die tatsächlich hungrig waren aber ich habe noch keinen gefunden der am verhungern war also scheint zu gehen ja erdgas wie ist da der stand gerade der ist inaktiv die beiden sind aber jetzt noch für eine ganze zeit aktiv 64 zyklen und wasserstoff ist auch noch 51 zyklen also wird es wahrscheinlich hier von der menge nach oben gehen also energie technisch sieht es gerade alles ganz gut aus ok ja wir sagen lassen wir hier mal laufen und schauen mal dass wir irgendwie nach da unten kommen ich bin guter dinge vielleicht mal schauen so wir setzen hier ach Mist das ist gar nicht so das ist gar nicht so sinnvoll glaube ich oder ne ach komm schon so das abbrechen und hier können wir dann geraten dann machen wir erstmal nur die und dann ja die können wir eigentlich auch schon mit machen das wird auf jeden fall noch interessant also heute gehen wir von verbrennung aus so nach links dürfen wir aber nicht nach rechts danke kerstin was wir auf jeden fall auch noch machen müssen ist hier graben und hier graben da brauche ich gerade noch nicht leider ja oh Mist das ist nicht cool das endet in einer katastrophe so weiß noch nicht ob das sinnvoll ist hier nicht noch eine wand hinzusetzen ich könnte mir vorstellen dass wir ziemlich viel nach hier oben drücken vielleicht machen wir das mal im nicht dass wir das die magma nach hier oben drücken und dann hier einen lavasee haben hallo rich ich grüße dich eine alte spiele konsole findest denkst du an mich ja ja mache ich ach so du meinst gerstin hallo mich immer und hallo billabund schön dass sie da seid ich grüße euch ja komm mal links von der unteren leiter ebene weg wie meinst du weg jastin hallo jesse oh gott mach keinen scheiß fall da nicht runter ja aber nicht besonders gut das ist natürlich eine sache die schlecht ist aber fällt da bitte nicht runter macht keinen scheiß leute fall da nicht runter das ist ja super super kacke das darf über den kompletten schacht oh ja danke stimmt dementsprechend ist die leiter da auch wenig sinnvoll ne machen sie einfach mal noch ein stückchen weiter nach hier hin so hier braucht man gleich wahrscheinlich auch wieder eine möglichkeit um das auszukippen das brechen wir mal ab und dann können da flaschenende lehrer drauf wir werden es sehr wahrscheinlich wieder brauchen es wird heiß heute leute also verbrennungen sind heute inklusive machen wir uns nichts vor hast du jetzt das nachtanken der rakete repariert ne es ist danach getankt worden ich hatte mich verguckt kerstin alles gut oxylit fehlt da halt aber ich denke mal da wird sich gleich einer drum kümmern so was wir auf jeden fall jetzt machen können ist hier graben hier graben dann können wir hier schon mal setzen die werden wir jetzt abbrechen ok wir werden das alles auch abbrechen dann sollen die erstmal die leitern wieder zerlegen aber ansonsten nur spazieren die da gleich wieder rum ich kenne sie doch oh bitte mach das nicht wenn da einer drauf ist bitte Harry Harry meinst du nicht das ist ein bisschen falsch der platz zum pennen was ist da los Harry boah ne kann ich ja nicht sehen kann ich nicht sehen komm dann pennen da oben ist mir egal aber nicht da unten über der Magma Rückenschmerzen hier kannst froh sein dass du Rückenschmerzen hast in die Färben oh man oh ist nicht zu fassen oder diese duplikanten die machen mich fertig ihr macht mich fertig Harry verbrennt Kalorien ja machen die jetzt gerade alle Pause gehts ja wohl nicht wohl ne eigentlich ist das Quatsch ne ja ich glaube auf dieser Ebene ist keine Magma mehr ne dann können wir natürlich direkt eine Ebene nach unten gehen so 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 gut haben wir das schon mal was können wir noch machen ja jetzt ob das zerlegen denn Türen machen wir gleich wenn ähm wenn die anderen da stehen ansonsten fällt das Stahl wieder runter das wäre nicht so cool Harry ist da zu rennt es gibt einen warmen Poshy sagt Harry meint ihr der ist da wirklich hingegangen damit er ähm damit er sich mal ein bisschen den Poppes warm machen kann so dann können wir hier schon mal weitermachen die können wir dann jetzt dicht machen also ich hätte auch gerne einen warmen Poshy ach schön aber direkt so über der Magma ich weiß nicht Jesse könnte ein bisschen warm sein oder meins nicht so und dann können wir auf jeden Fall schon mal anfangen hier die wieder zu setzen Hätte ich jetzt in der Mitte gesperrt ja ok so so ich möchte natürlich gerne einen Schacht schon mal in Betrieb haben damit wir auch mit voller Leistung den Tank wieder befüllen wenn wir ihn mit voller Leistung auch ähm entleeren also das war so der der Plan da dran dass wir den Dampfraum dann fertig stellen sobald wir auch genug Eingangsleistung haben Hallo Blue Sky wie heißt die Mod die die Items die auf dem Boden liegen nicht nach unten ausklappt sondern im Bild anzeigt meinst du das hier also warte ich glaube es ist einfach wenn ich das ja zeige ähm so meinst du das wenn ja ist das ähm schau mal hier da ist eine Modliste ich weiß grad nicht mehr wie sie genau heißt die ist da auf jeden Fall bei Kerstin weißt du gerade auswendig nochmal äh Better Info Cards müsste es sein ist damit verlinkt in der Modliste so ja genau das war's Dankeschön so dann können wir hier weitermachen also erstmal wirds ja einfach aber ab da wirds wieder schwierig hier mit dem ganzen Mist ich glaub die können wir auch einfach zerlegen jetzt so dann gehts weiter die sperren wir nicht einstellungen übertragen ja sehr gut ja ist auf jeden Fall super nützlich wenn du unfassbar viel Stuff da rum liegen lässt also das hilft ungemein ich glaub mit Shift war es dann möglich in den Stapeln dann rum zu einschauen genau also wenn du Shift hältst dann kannst du in den in den Stapeln dahinter quasi rein klicken sehr viel Eier oder so ganz nützlich so bin froh dass das hier noch alles funktioniert also wenn uns der Tank hier um die Ohren fliegt dann haben wir ein dezentes Problem dezent die sind immer noch am aufräumen hab ich da die Prios noch hoch ah ok das ist das deswegen sind die hier noch so viel am aufräumen das könnt ihr erstmal lassen das kann ich auch nach dem Stream machen beziehungsweise auf Cam 38 Tonnen Keramik ja auf jeden Fall einfach aus dem Grund auch dass wir da den Ton hinbringen lassen händisch einer kann natürlich auch alles wieder mit Förderschienen lösen aber mh ok das war glaube ich schon eine gute Idee hier die luftdurchlässigen Ziegel hochzuziehen man sieht es jetzt schon es steigt ganz ordentlich nach oben Problem ist dass wir natürlich gar keine Verbindung nach hier hin haben ne das heißt es wird da einfach bleibt da einfach so ein kleiner Tank dann liegen das ist natürlich eben doof dann müssen wir mal schauen wie wir das lösen na na was ist los habt ihr keine Lust hier den zu machen Jessie Jessie wo bist du was tust du also CO2 ist mittlerweile auch echt wenig geworden hier unten ne jetzt mal schaut klar hier wird natürlich unten noch über was rum also hier wird wahrscheinlich auch noch was kommen aber oh man ernst ah wer weiß wer weiß wer weiß hier Kinder und ziehen und was versuchst du zu bauen ja ich baue hier wieder einen Schacht nach unten dass wir da die Magma pumpen können und dann hier in unseren unendlichen Magmatank rein drücken alles das ist der Plan weiß nicht ob wir heute die vier Schächte bauen auf jeden Fall werden wir den zweiten bauen und uns dann erstmal um den Dampfraum kümmern dass wir die Stromversorgung auf jeden Fall dann schon mal gesichert haben so ok das ist fertig dann können wir die Einstellung nach hierhin übertragen wir können die wieder zerlegen und dann geht es weiter das ist doof das ist echt doof cooler wäre es wenn wir hier noch einen hm ja mal schauen wie wir das lösen genauso wie das hier auch da drin bleiben wird das werden wir da auch nicht rauskriegen der Pumpe na vielleicht müssen wir nochmal jemanden auf Tauchstation schicken hehehehe hallo LKW ich grüße dich flüssiger Stahl ne das schafft die Magma nicht zum Glück was zur Hölle benutzt du als Ausgangsmanipulator hier was meinst du das ist Blei flüssiges Blei einfach ne Wärmetauschplatte hingemacht und die ist dann flüssig geworden und äh ja die garantiert dann dass das Magma da weiter läuft eigentlich ziemlich simpel zum Glück so haben wir das die hatte ich gesperrt naja was ist mit ok kannst du das auch so schreiben dass ich das verstehe LKW hallo LKW hallo LKW hallo LKW hallo LKW zeltelfen du hast schon gezahlt in diesen monat hallo LKW ah ja da keine Ahnung hier sind so viele so viele Taschen an Magma die eingeschlossen sind ich weiß noch nicht wie wir das lösen So, wir übertragen Das wieder Da drauf Leute, ihr habt doch schon alle bezahlt Die einzigen beiden, die noch fehlen, sind Speed Dragon und Krillo So Das sollten wir abbrechen Das wäre schlecht So, dann können wir hier Schon die nächsten wieder hinsetzen Die hatte ich jetzt gesperrt, ne? Ja Was ist mit meiner Suite? Ich wollte vorbeikommen Hier bist du ja nicht Beziehungsweise Ich habe nichts mehr gehört War schon so lange nicht mehr da, dass ich vergessen habe Was hast du? Achso Ne, alles gut Vielen Dank für deinen Follower Ich habe noch nicht so ganz den Sinn dahinter verstanden So Langsam geht es nach unten Boah, keine Ahnung LKW Vor allen Dingen die nächsten Suite, die wir bauen Das wird noch ein bisschen dauern Dann mache ich nächste Woche Urlaub Also in den nächsten 1-2 Wochen wird das wahrscheinlich eher nix So Ich kann das jetzt schon mal so nach unten ziehen So Können wir die Tür noch schon bauen? Also erstmal brechen wir das da ab Nicht, dass hier noch irgendwas passiert Was nicht passieren soll Ähm Ja, den müsstet ihr jetzt nochmal hinbauen Das wäre ganz cool Holen die eigentlich jedes Mal wieder neuen Stahl? Oh, sieht so aus Macht ja voll Sinn Same Skifahren Oh ne Ne, das ist ja nicht so meins Wo wird es denn hin? Zum Skifahren So Einstellungen übertragen Die oberen können wir dann wieder zerlegen Stop Keine gute Idee Da fehlt noch was Ach, jetzt So Zillertal Aber my first try Ja dann Ich würde sagen Hals- und Beinbruch Aber lieber nicht Was ist los, Müller-Bonn? Machst du weiter? Das wäre ganz cool Das würde mich auf jeden Fall freuen Ja, halt so ein Beinbruch Ja Das ist irgendwie was Was man, glaube ich, zum Skifahren Nicht so ganz wünschen sollte, ne? Billabond Ne, der Der Mac anscheinend auch wärme Der steht da immer rum Oh, das war auf jeden Fall eine gute Idee Die Frage ist, was wir machen, wir da Weiß, das ist ein Mist Mal schauen Wie es überhaupt so läuft Mit dem Abpumpen Und dann müssen wir mal schauen wie wir die ganzen kleinen Taschen da rauskriegen. Vielleicht haben wir dann überall auch so viel Vakuum schon, dass wir da easy wegbuddeln können oder so. Keine Ahnung. So lange er sich nicht beide Arme brüchelt, ja. Wenn mich Conny irgendwann mal aus einer Rakete rauslässt, fliege ich dich nach dem Skifahren auch gerne, flicke ich dich nach dem Skifahren auch gerne wieder zusammen. Nein, du kommst doch nicht mehr raus. Aber wir müssen auf jeden Fall, müssen wir euch nochmal irgendwo anders hinschicken. Ich hätte nämlich gerne noch die Moose. Für die letzten Trophäen, die mir noch fehlen. Also ich habe nachgeguckt, drei Stück fehlen mir. Einmal halt die beiden mit den Moose. Und irgendwas mit... Was war das nochmal? Wir können auf jeden Fall hier schon mal wieder zerlegen lassen. So, Entstellung übertragen. Richtig, ja. Was war das jetzt nochmal? Oh, Pakus. Oh, Pakus. Pakus, Pakus, Pakus. Ich glaube, die große Flucht ist das. Ein Duplikanten auf einer Einwegmission zum weitesten entfernten Sternenkartenziel senden. Stimmt. Warum sind meine Errungenschaften ausgestellt? Gut, keine Ahnung. Muss ich dann mal wieder irgendwie gucken, dass ich das repariere. Ah, ist halt ätzend. Oder ich muss es woanders machen. Ich weiß doch nicht. Mal schauen. Ich hätte das trotzdem gerne mit den Moose erledigt. Oh, hast du einen Debug gebastelt? Ach. Möglich, dass es halt mal wieder irgendwie zwischendurch im Stream passiert ist? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also ich habe im Debug nichts gemacht. Keine Ahnung. So. Jetzt haben wir hier wieder das Problem mit dem Buddel, ne? Können es mal ausprobieren, ob sie vielleicht das eine Ding da weggebuddelt kriegen. Wir haben hier halt ordentlich Druck drauf. Das ist das Problem. Dass sich das Matit hier aufheizt, ist irgendwie auch nicht so cool. Ich glaube, das wird hier nichts. Jawohl, aktueller Auftrag ist da. Wahrscheinlich zum Beliefern. Das ist richtig doof, dass man da nicht durchbuddeln kann. Richtig, richtig, richtig rotze. Was Magma angeht, ich zerstöre gerade mein Magmabiom mit Handpumpen und Datus. Ja, okay. Mit Handpumpen würde mir das tatsächlich zu lange dauern. Das ist dann schon echt. Na gut, 10 Kilo pro Sekunde. Naja, 5 Kilo pro Sekunde. Was hier gerade läuft, ist jetzt auch nicht unbedingt schnell, aber dauert, verbraucht wenigstens keine Duplikantenzeit. Ja, das wird nichts. Shit. Ja, dann müssen wir wohl mal eben anders ran. Hm. Mach keinen Scheiß, Kraxler, bitte. Spring da rüber. Gott sei Dank. So, schauen wir mal, ob wir es gewischt kriegen. So, dann sperren wir das jetzt erstmal wieder. Das gibt Aua. Ja, wahrscheinlich. Schnell, Renn, Kraxler. Okay. Alles gut gegangen. Alles gut gegangen. Es gab nicht mal eine Verbrennung. Also noch nicht. Was ist da gerade passiert? Stahl. Ach so. Unser Flaschenentleerer ist aus Magmatid. Hm. Hm. Okay. Das wird so nichts. Wer da hinten denn noch? Ja. Dann machen wir es halt so. Nichts passiert, Kerstin. Es ist nichts passiert. Das wäre auf jeden Fall ganz cool, wenn da jetzt einer kommt. Ach, jetzt. Ach, kommt schon. Das war jetzt nicht wahr. Nee, doch. Geht noch. Wie viel liegt denn da jetzt? Okay. Okay. Schauen wir mal, was passiert. Vielleicht geht es gleich einfach fest. Ist da am Schachtanfang vielleicht ein Lagerbehälter sinnvoll? Naja, haben wir ja hier hinten. Also die Materialien sind alle da. Ja, das ist wirklich so. Es ist halt super zähflüssig, das Zeug. Das ist voll ätzend. Na. Okay. Vielleicht müssen wir damit jetzt gerade einfach leben, dass hier Magma ist. Kannst nie erinnern. Dann, was wir ausprobieren könnten, wäre... Nehmen wir eine Tauschplatte aus. Ah, da war Diamant. Jetzt sind wir da mal drauf. Mal schauen, ob das funktioniert. Vielleicht kriegen wir es ausgetrickst. Das Spiel ist heute leider wieder super-längig. Also selbst wenn ich in Pause baue. Geht so weiter unten sowieso nochmal. Ja, das stimmt. Und ich möchte das jetzt einfach ausprobieren, ob die Diamantplatte vielleicht sogar reicht. Ist denn hier irgendwo noch am Puddeln oder so? Oder wegräumen lassen? Nö. Na gut, hier wird immer ein bisschen Ton geliefert, aber ansonsten... Da oben ist wahrscheinlich mit den ganzen Meteoriten schon gerade vielleicht ein bisschen zu viel los. Keine Ahnung. Ist jetzt schon echt hochgestiegen hier, ne? Ja, hier mittendrin dieses Neutronium ist halt auch so super ätzend, ne? Wow, Digi. Brauchst auch ganz schön lange dafür, dass du eigentlich schon echt gut geskillt bist. Wo schreckt der überhaupt? Ist gar nicht da, oder? Unglaublich. Ha! Easy. Und das weg. Ah! So. Die Wärmetauschplatte lassen wir da mal hängen. Vielleicht brauchen wir es noch. Zu diesen Leggy-Aften würde es helfen, außer in der Base einen Vakuum zu pumpen. Ne, ich habe es ausprobiert. Es hilft nicht. Ich habe es mal im Debug ausprobiert gehabt, aber es hilft leider nicht. Es sind einfach die Leitungen, die das Problem sind. Es sind zu viele Leitungen und zu viele Förderschienen. Hat Digi die Challenge eigentlich schon eingereicht? Ne. Er weiß ja, dass es noch nicht so, dass es noch nicht weitergeht damit und ich habe noch nichts bekommen. Also, alles gut. Obwohl, die Wärmetauschplatte sollten wir vielleicht doch wegnehmen, weil... Da kommen wir ja gleich sonst gar nicht mehr dran. Obwohl, wir können besser hier mal weiterhin bauen zur Not, da wieder dran kommen. Okay, war jetzt eine Idee, ja. Das Problem sind halt einfach die Leitungen. Es ist aufgrund des Szenarios zu viele Leitungen und Förderschienen, die überall lang laufen, wo wir nicht drauf verzichten können, weil halt die Duplikanten alles machen sollen. Wir können auf so vieles in Groß und Ganzen eigentlich verzichten, aber nicht, wenn alles irgendwann vollautomatisch laufen soll. Da sehe ich gerade, das ist natürlich so schlecht. Kommen wir da noch hin? Ja. Hä? Achso. Ich wollte schon sagen, was mache ich hier? Ich bin keiner, der baut. Schnell weg. Ich muss da nicht auf den heißen Sahnen rumlaufen. Nee, nee. Ich brauche das nicht. Okay, hier sollten sie aber buddeln können. Wow. Ich wusste, dass das kommt. Voll der Schisser, unser Conny. Okay, jetzt wird es gleich wieder tricky hier mit dem Buddeln, ne? Das muss sowieso jetzt da und da noch gebaut werden. Könnten wir versuchen, einfach hier mit Türen die Magma schon mal zu verdrängen. Ich glaube, das probieren wir gleich mal, die Magma nach rechts zu verdrängen, einfach setzen wir die Türen halt erstmal versetzt hin. Weil hier haben wir keinen Druck drauf, das heißt, obwohl es kommt wahrscheinlich ein bisschen Druck drauf. Na wohl wahrscheinlich ist es auch möglich, dass er das Obsidian hier gleich weg sprengt. Autosave. Na, wie lange geht der wohl? Zwei Minuten? Drei Minuten? Hm? Oh wow, ich glaube, das war sogar noch unter einer Minute. Ich glaube, das hält nicht mehr so lange da unten. Okay, so. Setzen wir mal hier einen hin. Den Druck da mal runterzunehmen. Dann wird das hoffentlich nach da gedrängt. So, dann. Die bitte zerlegen. Ich hoffe, LKW rennt jetzt nicht wieder weg. Ne. Okay, sehr gut. Okay, LKW hatte gerade Angst, dass er sich irgendwie die Füße verbrennt oder so. Erstmal auf die Leiter geflüchtet. Ja schon. Das wäre echt cool, wenn wir das da noch. Komm schon. Bevor es bricht. Bitte. Dann sind wir den Druck hier schon mal los. Ich glaube, das wird nichts mehr. Vielleicht macht es knack. Die können wir da schon mal hinsetzen. Kommt schon. Zell Delfin, wo bleibst du denn? Okay, er ist da. Und jetzt baut er das nicht. Ah, das hasse ich so, ne? Das finde ich so ätzend. Dass da erst jemand anders kommen muss zum Liefern. Und dann kommt wieder einer zum Bauen. Okay. Der Auftrag wird jetzt an Harry übergeben. Sehr gut. Das hat geklappt. Sehr schön. So, dann ist der Ziegel gleich safe. Und sobald die Tür gebaut ist, können wir die nämlich wegnehmen. Hier könnten wir gleich sonst einfach mal schauen, ob wir einen luftdurchlässigen Ziegel da hinsetzen, statt der Tür. Ja, und diesen Ziegel können wir gleich über Eck machen. So, die Tür kann auf jeden Fall schon mal weg. Jetzt geht der Druck nach hier hin drüber. Da ist auch ein bisschen Druck drauf. 3000 Kilo ist ein bisschen mehr. Haben denn die Schicht Türbauer auch dieselbe Priorität beim Liefern und Bauen? Ich glaube, ja. Also, das Bauen und Bau zuliefern ist für die Bauer genauso hoch wie für die Leute, die zum Beispiel versorgen. So, dann können wir hier einen hinsetzen. Und hier. Und dann können wir hier zerlegen. Da zerlegen. Karsten. Karsten. Karsten! Karsten hat eine Denkpause. Dankeschön, Karsten. Ah, ne, ist das egal. Den können wir, der wird jetzt eh zerlegt. Kannst du das bauen, Karsten? Das wäre cool. Okay, liefern geht auf jeden Fall. Boah, ist jetzt nicht euer Scheißernst, ey. Das ist nicht euer Scheißernst. Immer dieses Tür aufmachen, obwohl ich euch das verboten habe. Ja, ja, ja. Und jetzt wird euch natürlich auch noch warm. Ne. Wo ist Zildelfin? Ist nicht zu fassen, ey. Bei Karsten geht's noch gut. Es muss natürlich wieder alles vollkommen schief laufen und... Warum gehen die da durch, wenn es verboten ist? Zildelfin will nicht mehr. Ich glaube auch. You mag mal Pause. Ja, ich weiß. Das ist halt doof. Das ist halt einfach nur doof. Anders kann man es nicht sagen. Dass die da durchgehen, obwohl die da nicht durch dürfen. Ist halt super ätzend. Ist auch nur dezent viel Magma da gerade. Karsten kommt da raus. Okay, was können wir machen? Wir können hier auf jeden Fall freibuddeln. In der Hoffnung, dass der Magma da ein bisschen nach unten läuft. Wir setzen hier mal Leitern hin. Kommen wir da irgendwo was gewischt noch? Nö. Ach, herrlich. Hallo, Safti. Ich grüße dich. Naja, ist ja nur von oben nach unten verboten. Nicht von rechts nach links. Okay, ich komme nicht in Uni, weil mein Spiel keine Mods mehr möchte. Also springe ich in die Lava. Zum Glück haben wir jetzt den, haben wir hier keinen Druck mehr. Ich hoffe, dass wir jetzt einiges nach hier unten loswerden. So, das lassen wir jetzt mal. Und Ja. Wir bauen jetzt da erstmal die Leitern hin. Dann zerlegen wir die Sachen da. Den auch. Den auch. Und dann schauen wir gleich mal, wie wir es weitermachen. Wir können ja wahrscheinlich ein bisschen hier auch noch buddeln. Von Leitern aus. Und dann setzen wir gleich irgendwo wieder die Türen hin. Den Ziegel können wir ja tatsächlich sogar setzen da. Schau mal. Das geht ja wohl. Ja. Brauchen da eine, da eine. Ach, die können wir uns sparen. Jetzt ist nicht der schöne Stahl da. Den wir uns eben aber gleich wiederholen müssen. Na, wollt ihr die Leitern da noch bauen? Ja, sei denn, dass hier noch Magma drauf ist. Ja. Kann ich das wischen? 177 Kilo? Wahrscheinlich noch nicht. Nö. Schade. Na wohl, den Stahl haben sie noch weggekriegt. Ist ja super. So, dann graben wir mal munter weiter. Vielleicht klappt das hier super. Ich mag mal erstmal ein paar Handwerkpumpen. Ne, wir ziehen jetzt gleich einfach die die Türen hier drüber und drucken dann wieder. Irgendwohin. Mal schauen. So, ich hoffe, dass ihr das dann da gleich baut. So, krackster. Graben? Wie wär's? Hast du Lust? Also, er hat gerade auf jeden Fall Freude. Aber ich glaube, weiter graben hat er gerade nicht so Bock drauf. Das hier müsste auch fertig werden. Das ist ja sehr cool. Oh, Mann. Spiel. Du willst mich echt ärgern. Was? Okay. Glückwunsch. Dann kann der weg. Okay. Step. Das sollten wir besser mal so machen. Den lassen wir mal. So. Jetzt können wir den dazwischen setzen. Den lassen wir mal so schöne Pläne hier, die nie so wirklich funktionieren. Die lassen wir vielleicht auch mal, bis wir da gebaut haben. Zum Glück brauchen wir ja nur so ein paar Sekunden, um das auszugraben. Ansonsten gäbe es, glaube ich, ein paar mehr Verbrennungen hier. Genau. Gut. Wir brechen mir jetzt auch mal eben ab hier. Oh. Ich wollte schon sagen, mach keinen Quatsch, der Delphin. Das wäre jetzt halt wichtig, wenn ihr das mal fertig baut. Okay. Okay. Komm schon, Speed Drang. Du schaffst das. Ohne Verbrennung. Vielleicht. Ja. So. Schnell weg. Weil die machen ja auch gerne dann mal Pause in der Magma. Voll sinnvoll. Voll sinnvoll. Sinnig ist. Das ist eigentlich der letzte. Ja, das ist der letzte Step zum Graben. Gut, da unten ist uns erstmal egal. Ich glaube, wir müssen leider nochmal ein Stück weiter runter, um das hier wegzugraben. Machen wir immer nur so etappenweise, dass sie nicht zu lange da drin bleiben. Links das Loch. Ja. Wir ziehen gleich von hier oben wieder Türen. Ich will das hier erst weggegraben bekommen. Und hier die Dinge jetzt schon mal gesetzt haben. Es gibt jetzt nicht zu viele Buddle-Aufträge gleichzeitig. Ansonsten gibt es gleich wieder bösartige Verbrennungen. Und den könnten wir auch schon mal weghaben hier. Eigentlich könnten wir das komplett da weghaben. Oh, wir könnten da ein Loch schaffen. Das ist natürlich ganz nett. Dann schauen, du schaffst das Spiel, Dragon. So, und jetzt schnell mit dir nach hier hin. Ah, look out. So. Jetzt läuft alles von links in den Schacht. Ne, wir fangen jetzt gleich von hier oben wieder. Achso, meinst du das? Ja, okay. Kriegen wir hin. So schnell läuft das ja eigentlich nicht, oder? Ah, ich glaube, das dauert. Ich hätte hier halt gerne noch weggegraben, ne? Wäre sowieso hier rumplanschen müssen. Die Frage, wie schnell schaffen wir das jetzt? Da ist jetzt jetzt mal da noch ein Ziel hin. Oh, Speed Dragon. Das ist eigentlich echt nicht so cool, dass du noch hier bist. Ich glaube, ich setze mal eben aufs Krankenbett. Ich hoffe, der Frank macht alle auch gerade wieder heile. Speed Dragon und Carsten haben jetzt erstmal eine Auszeit. Weiter geht's. So, dann können wir auf jeden Fall hier unten schon mal geraden. Bridge, was machst du da? Okay, Bridge holt nur Sachen weg. Äh, jetzt steigt langsam. Kann schon. Aber zum Glück ist Markmeyer so viskos, dass wir... Dass das jetzt nicht so ein Riesending ist. Müssen wir jetzt gleich von hier oben halt wieder anfangen mit Türen. So. Die Kraxler macht doch erst die hier weg, bitte. Erst wieder nach oben und dann wieder nach unten. Äh, das läuft noch nicht über. Müssen wir mal eben eine kleine Pause machen. Oh, Yu Garfield. Mal bitte nach da oben. Ah, komm schon. Weg, 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 weg. Okay, so. Kraxler und Yu Garfield dürfen auch aufs Krankenbett. Wir haben ja zum Glück noch jede Menge hier stehen. Und der Frank, der hat bestimmt auch gerade Langeweile. So. Ja, ich würde halt hier gerne noch... Gramen. Und dann machen wir das dicht. Obwohl das ja auch nicht so viel hilft, wenn wir hier noch was haben, ne? Hm. Kommen wir da unten noch hin oder nicht? Stimmt. Das könnte vielleicht klappen. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Haben wir überhaupt noch jemanden, der das machen kann? Wir sind so viele Leute im Traumhotel. Ah, da kommt LKW. Vielleicht fällt auch einer in die Suppe. Hm, ja, möglich ist das. Aber... Danke, Kerstin, für dieses wunderschöne Zitat. Ist auch universal anwendbar. So, wisst ihr was? Das werden wir jetzt mal entabbrechen. Weil die sich sonst gleich da drauf stützen. Das wäre nicht so cool. Äh... Den müssen wir wahrscheinlich noch mit weggraben. Ist das hier ein Problem? Naja, eigentlich nicht. Bitte gerne. Ich glaube, wir haben einfach gerade niemanden, der das machen kann. Oder wer kommt da angelaufen? Das ist der Delfin. Ist ja schon wieder fit. Jo. Okay. Frank hat ihn wieder zusammengeflickt. Weiter geht's. Ab in die heiße Suppe. So. Dann machen wir mal eben wieder eine kleine Pause für dich. Komm. Ich möchte hier nicht noch so kurz vom Traumhotel doch noch einen Toten haben. Das wäre richtig doof. Das wäre richtig, richtig doof. Also wenn jemand da in den Schacht fällt, ist vorbei. Okay, das ging nochmal gut. So. Die drei noch wegbuddeln, dann können wir wieder anfangen. Dann müssen wir nur die Leitern hier wieder zerlegen. Aber das kriegen wir hin. Oder können wir Leitern auch durch die... Weiß ich nicht. Können wir Leitern durch die Türen zerlegen? Weiß das jemand? Ich bin da gerade nicht ganz von überzeugt, dass das klappt. Ich würde mal schätzen, wir müssen die Leitern vorher zerlegen. Das ist schon Harry. So, jetzt können wir auf jeden Fall die schon mal zerlegen. Die schon mal zerlegen. Ja, wohl, nein, lassen wir lieber. Hat doch alles viel besser geklappt als gedacht, oder? Ich bin optimistisch. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall hier eine Verbindung. Das finde ich ganz gut. Was wir hier mal ausprobieren könnten, wäre auch... Mal zerlegen. Vielleicht kriegen wir das ausgetrickst. Oh, Speedwagon ist auch wieder heile. Hä? Harry stand fünf bis zehn Sekunden in der Markmann und hat keine Verbrübung bekommen. Ich glaube, der musste schon so viel arbeiten, dass er gar nichts mehr spürt. Nein, Harry ist einfach nur ein abgehärterter Kerl. Ein, fünf bis zehn Sekunden schaffen die auch wohl. Das nenne ich das Problem, Safti. Wenn es zerlegen nicht geht, kannst du die Magmatikleiter über die jetzigen bauen. Ja, wir zerlegen die jetzt einfach und fertig. Das ist mir zu riskant. Die weg. Dann sollten wir doch theoretisch hier und hier graben können. Theoretisch. Mit etwas Glück erledigt der Druck dann den Rest. Weil Druck ist da definitiv genug. Wahrscheinlich wird Slay auch noch ein bisschen mehr. Okay, ich glaube, die hängen gerade alle auf den kalten Betten. Ich weiß gar nicht warum. Ach, also mir macht sowas ja schon echt Spaß. So ein bisschen Magma rumplanschen. Ist doch herrlich, oder? Ach, komm schon, Speedwagon. Kommt die Pause? Ach, Mann. So, wir sind bei 122.000 Kilo im Magmatank. Das ist ganz schön viel, wenn man sich das überlegt, ne? Hier haben wir schon ein ganz ordentliches Vakuum reingehauen. Sehr cool. Wollen wir eigentlich für jeden Schacht auch einen Zähler bauen? Ja, oder? Klar, der, der sich vor harter Arbeit drückt. Hallo? Das aufräumen wollte sonst keiner machen. Verlegen wir mal. Den nochmal. So, dann können wir wieder anfangen. Wir könnten natürlich auch einfach hier graben lassen. Jetzt haben wir es ja sowieso. Und dann machen wir da ein Ziegel vor. Wahrscheinlich könnte das sogar klappen. Vielleicht. So. Na, warten wir mal eben, bis wir das erledigt haben. Oder geht der schon vielleicht kaputt? Ich sehe es noch nicht. Ich sehe es noch nicht. Also klar, dass ihr erst den Ziegel da machen wollt. Komm, grab das da weg. Okay. Haha. Perfektes Timing. Ja, ausgetrickst. So. Kann man sich auch nicht vorstellen, ob man so glücklich darüber sein kann, dass man was weggegraben hat. Ach, schön. Hallo Zeugen des Sofas. Ich grüße dich. Einen wunderschönen Abend. Ja, wünsche ich dir auch. Ach, schön. Das war doch, das war klasse. Voll weggechießt. Das ist auf die Ideen. Ist egal, ist egal. Es ist weg. So. Dann kann der Mist hier irgendwann auch ablaufen. Wobei es sowieso fraglich, inwiefern das hier abläuft. Das dauert halt einfach 5000 Jahre, ne? Ich glaube, wir werden das Ende nicht erleben, bis wir die Magma komplett in diesen Tank gepumpt haben. Es dauert einfach unfassbar lange. Könnte halt überlegen, ob man nicht da noch eine zweite Pumpe reinbaut, ne? Das wäre halt noch eine Überlegung wert. Hier drüber wäre noch Platz zum Pumpen. Ich weiß nicht. Doch, doch. So lange muss das Traumhotel geöffnet werden. Nein. Ich glaube, das wird über 300 Zyklen dauern, die gesamte Magma wegzupumpen. Vielleicht sogar über 400. Ich glaube, da kommst du nicht mit hin, Safti. So. Dann können wir weiter machen. Easy. Jetzt nur noch ein bisschen nach unten kommen. Gut, da unten haben wir jetzt vielleicht noch ein kleines Problem. Aber das kriegen wir in den Griff. Schön ist auch, dass wir jetzt hier soweit die luftdurchlässigen Ziegel schon haben. Dann geht's jetzt. Rucki-Zug nach unten. Ja, wieso nicht mehr mehr Pumpen pro Schacht? Das ist halt die Sache, ne? Also, wir hätten noch Platz in der Leitung für eine Pumpe. Muss mal schauen. Das Problem ist jetzt halt, nachträglich luftdurchlässige Ziegel einsetzen, könnte schwierig werden. Und ein großes Problem ist halt auch die Tatsache, dass hier schon ein Setup reingebaut ist. Wenn dann was schiefläuft, dann ist auch erst mal vorbei. Ja, auf dieser Höhe könnten wir einfach dicht machen. Und auf dieser Höhe könnten wir einfach dicht machen und den unteren Teil schützen. Also, ich glaube nicht, dass wir noch nach unten müssen und wenn, ist auch erst mal egal. Stop. Ist das so richtig? Hatte ich jetzt hier, Bahal? Unten luftdurchlässige Ziegel. Na, ist eigentlich egal. Aber besser wäre isolierte. Drucktechnisch ist das nicht so ein Problem. So, wäre sinnvoller. So ein Magmobilung ist ein Marathon, kein Sprint. Na, stimmt. Da gebe ich dir recht, Kerstin. Oh, das war so klar. Bis dahin ist erst mal kein Problem. Nur hier wird es wieder kritisch wegen den luftdurchlässigen Ziegeln. Komm, Jesse, gib alles. Wo war Jesse eigentlich die ganze Zeit? Oder lag die auch auf der Krankenstation? Ich glaube, es lagen ungefähr alle auf der Krankenstation heute. Außer Legolas und Gerschen. Die sind auf dem Rümmelpad. Hä, wo bin ich? Auf dem Rümmelpad? Kennst du das nicht? Auf Tour. Ah, ist immer schön. Ich habe mir keine Ahnung, was ich gerade laufe. Hä? Ja, ist egal. Brauchen wir nicht drüber reden, Kerstin. Was für ein Ding? Ja, ist egal. Reden wir nicht drüber. Problematisch wird halt die Leitung, ne? Die Leitung werden echt problematisch. Und halt die Tür da reinzubasteln. Ich meine, den können wir ohne Probleme zerlegen. Das wäre ja egal. So, hier können wir auf jeden Fall schon mal Leitern hinsetzen. Dann können die Leiter weg. Wenn wir da eine Tür hinkriegen, dann bin ich guter Dinge, dass das funktionieren könnte. Wir müssten halt auch die Magma-Leitung hier irgendwie umlegen. Wenn wir hier durchlegen, das wäre auch nicht so ein Problem, aber das müssten wir halt auch noch machen. So, hier weiter Leitern bauen. Mag man mit einer Brücke hinzufügen, so kommt es zu keinem Rückstau. Ja, also das müssen wir sowieso schauen, dass die Leitung auf jeden Fall ein bisschen packen kann und nicht quasi bis zur Pumpe zurückstaut. Das wäre super doof. So, dann können wir die schon wieder zerlegen. So. Jetzt müssen wir hier durchlässige Ziegel hinmachen. Ich hoffe, dass wir das zerlegt bekommen über das Eck und dann da auch tatsächlich eine Tür hinbekommen. Dann könnte das Ganze funktionieren. Also hängt jetzt alles da dran, ob wir da eine Tür hinkriegen oder nicht. Und wenn das klappt, dann können wir uns gleich überlegen, wie wir das hier umbauen. Ja, wir nähern uns dem Booten. Oh, mein Gott. So, dann schauen wir mal. Kriegst du das da rein, Jesse? Erzähl doch mal. Schaffst du das? So, bis jetzt sieht es gut aus. So, können wir hier den nächsten hin basteln. Ich habe mich heute auf jeden Fall sehr gefreut, dass wir das hier machen. Ich habe da voll Bock drauf. So. Den ganzen Tag schon, wie man liegt vor. Eigentlich hätten wir auch früher anfangen können, wenn ich hier so Bock habe. Stop. Wir machen mal anders. Wie schaut es hier aus? Da muss jetzt noch geliefert werden. Und wenn das hier gleich fertig ist, könnten wir es eigentlich auch hier dicht machen, einfach, ne? nochmal einen Deckel drüber und dann hat sich das Thema erledigt. In dem Fall, dass dann doch noch Magma rauskommt, machen wir hier. Ach, ähm. Bis hier doch nochmal irgendwann Sauergas entstehen sollte, können wir hier einfach einen Deckel mit normalen Ziegeln drüber machen. Drucktechnisch haben wir jetzt eh alles runtergenommen. Leiter. Die Frage ist, wie machen wir das hier mit der Zählung? Ich glaube, wir müssen dafür eine zweite Zählung bauen. Das geht nicht anders. Oder fällt... Ah, es hat geklappt. Sehr cool. So, dann können wir die schließen. zerlegen wir hier mal. Hallo Harry, ich grüße dich. Wir hatten vorhin eine sehr lustige Situation mit dir. Du hast dich nämlich einfach zum Pennen an der Leiter gehangen mit einem Poppes auf deinen über der Magma. Was war das? Franzi, hallo! Vielen Dank für deinen Raid und schön, dass ihr da seid. Oha! Oha, oha! Ihr solltet ja gleich erst mal hier ein bisschen zeigen. Grüße euch! Wie hast du denn alles mitgebracht? Die einen oder anderen Namen kenne ich ja vielleicht. Ach, ihr habt Uni gespielt? Gar nicht mitgekriegt. Na, wie war es? Habt ihr noch alles hingekriegt? Ich grüße euch. Schön, dass ihr da seid. Hallo Honigtau, hallo Bonsai und hallo Solkantou. Ich grüße euch. Was zur Hölle tust du da? Verstehst du? Hölle, ziemlich warm und dort. Ja, es ist auf jeden Fall warm. Ja, wir machen etwas, was in diesem Spiel nicht vorgesehen ist. Wir pumpen Magma und dann machen wir noch was anderes, was auch nicht vorgesehen ist. Wir pumpen das Ganze in einen unendlichen Flüssigkeitstank und diese Magma pumpen wir dann bei Bedarf demnächst dann hier in unseren Dampfraum und verbrauchen die Energie. Ich grüße euch. Schön, dass ihr da seid. Hallo Delfinus, ich grüße dich. Creative Discovery, hi ho. Ja, auch an dich. Ja, man muss immer mit Onitan spielen. Franzi kann nicht dann lassen. Genau, wer die Franzi nicht kennt, schaut gerne bei ihr vorbei. Die spielt nämlich in letzter Zeit auch öfter Oni und Zelda Breath of the Wild habe ich gesehen. Sehr cool, ich habe leider noch nicht geschafft reinzugucken, während du das zockst. Warum ist das nicht vorgesehen? Na, weil die Entwickler sich große Mühe gegeben haben, dass man das nicht machen kann. und wir nutzen so ein paar Mechaniken aus, damit das halt doch funktioniert. Um es gut zu sagen, Conny ist verrückt. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Und lief ganz gut, hab meine Base mit heißem Wasser geflutet, war toll. Oh, da muss ich mir nachher nochmal angucken, was du da gemacht hast für ein Quatsch. Ich zeige euch gleich mal die Base und lasst mich mal eben bitte hier die Tünenauftrag nehmen. Also was bei mir halt nicht mehr so geil ist, ist die Performance. Es ist mittlerweile leider wirklich ekelhaft aufgrund der Größe und ähm, ja, vom Szenario der Kolonie ist es nämlich so, dass, ähm, ja, ich zeige euch mal. Und zwar ist das die Kolonie. Die ist mittlerweile auch, ähm, ja, was heißt mittlerweile, das ist eine gemoddete Karte, die etwas größer ist. Ähm, sollten auch mehr Geysire da sein. Ich hab allerdings irgendwie gefühlte 10 Chlorgas-Schlote gekriegt, weswegen mir die mehr Geysire nicht wirklich was gebracht haben. Ähm, wir sind auch dabei, das in dem Weltraum noch komplett zu nutzen. Wir sind auch nicht ganz fertig. Hier hinten, der Rest fehlt noch so ein bisschen. Wir sind auch schon mit Raketen immer wieder mal unterwegs, haben uns die ersten Weltraummaterialien besorgt und, ja, die sind dann jetzt quasi immer direkt unterwegs. Bis mal der Fix kommt, dann ist das Spiel gut. Dann kommen Spieler und sagen nice trying. Ähm, ja, zur Kolonie an sich ist, ähm, wir spielen ein Szenario und das Ganze soll so laufen, dass alles vollautomatisiert irgendwann läuft, ohne dass die Duplikanten was machen müssen, außer kochen. Wie gesagt, ein vielleicht auch zwei Zeiteinheiten pro Tag dürfen die Duplikanten dann kochen und ansonsten sollen die nur noch Freizeit haben. Und wir bereiten die Kolonie da immer noch drauf vor, dass das alles automatisch läuft. Ja, und, ähm, bei mir gibt's noch eine Besonderheit, alle die eingezogen ist, die zahlen einmal im Monat Miete, einen kleinen Beitrag über die Kanalpunkte und die haben dann auch die Möglichkeit, ihre eigenen Räume einzurichten und das haben die halt hier auch schon getan. Ein paar fehlen noch, aber ich bin zuversichtlich, dass wir noch nur ein, zwei, drei Suiten dazu kriegen. Und, ja, das sind dann quasi die gesammelten Werke der, ja, Hotelbewohner. Und ansonsten haben wir hier halt noch eine Küche. Wir sind gerade dabei, ähm, auch die Räume hier auszuschreiben. Die Community richtet die Räume ein und ich baue die dann hier rein. Ähm, genau, da muss ich noch was zu sagen. Leute, also hier, die beiden Räume, die ausgeschrieben sind, ich warte immer noch auf ein paar mehr Einsendungen. Ich glaube, bis jetzt waren es nur vier, fünf, ich weiß nicht ganz genau, also gerne da Vorschläge senden. Ja, hier haben wir halt ein Kraftwerk. Wir haben hier noch ein paar unendliche Gastanks. Hier ist die Sauerstofferzeugung. Einmal mit Elektrolysern, einmal über Rost. Ähm, ja, was haben wir hier noch? Wir haben hier noch einige unendliche Flüssigkeitstanks. Dann ist hier unsere Essensversorgung auf Dauer, weil wir nur vegetarisch leben können, wenn wir nur kochen dürfen, aufgrund dessen, dass wir halt keine Tiere züchten können. Und deswegen werden wir auf lange Sicht nur vegetarisch leben, aber die Duplikanten mögen es auf jeden Fall. Wir haben auch einiges an Barbecue, was gar nicht mehr gegessen wird, weil das Vegetarische dem besser schmeckt. Ja, und das ist halt so das Problem. Wenn man sich jetzt anguckt, was hier an Leitungen so lang laufen, dann erklärt es halt auch, warum das Spiel mittlerweile schon sehr hakt. Also die FPS sind zwischenzeitlich halt schon wirklich einstellig und wir werden auch nicht mehr ganz so lange diese Kolonie spielen. Irgendwo bis Mitte des Jahres war angedacht, dass alles fertig ist und wir alles vollautomatisch laufen lassen können. Und dann geht es nämlich Richtung DLC mit einem neuen Szenario und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Okay, das mit den Suiten ist schon ziemlich cool. Ja, finde ich auch. Das hat sich alles so ergeben. Das war gar nicht geplant. Die Community hatte einfach gesagt, das sollte das Traumhotel werden. Also das Szenario war bekannt und das sollte dann das Traumhotel werden und dieses Ganze mit den Suiten und Mietezahlen und so kam erst später und es hat halt super gepasst. Und ja, wie viele Stunden stecken drin in der Kolonie? Gute Frage. 1500 Zyklen YouTube. Boah, ich weiß nicht, bei welcher Folge sind wir. 34 Leute, 35 mal vier Stunden Pi mal Daumen. Irgendwie sowas, ne? Ja, 150 Stunden oder so. Also so 3-4 Stunden ja mal 30 40 um 30 weiß es nicht. Aber ansonsten schaut gerne auch mal auf meinen YouTube Kanal vorbei. Da gibt es auch die VODs. Da kann man es auch sehen, wie viele Stunden da drin hängt. Für Uni Neulinge kann ich empfehlen. Da sind auch jede Menge Tutorials, ich gemacht habe, die auch alle noch auf einem sehr aktuellen Stand sind. Das ändert sich bei Onia gerne mal. Ja, schaut so und es sind ja viele dabei hier auch die glaube ich von Onia nicht ganz so viel Ahnung haben oder noch ziemlich früh dabei sind. wenn ihr Fragen habt, fragt gerne. Für mich wird vieles halt selbstverständlich sein, was für euch wahrscheinlich leider nicht so ist. So, hallo Michael, ich grüße dich, schön dass du da bist. Bin ein Oni Noob, kann man den Magma bauen, bis zu einem gewissen Grad geht das, ja, und wir haben heute auch leider schon einige Verbrennungen hinter uns. Also ich musste bei mir fast jedem Mod einzeln durchgehen, da wird mein Spiel wieder läuft, bei ca. 100 Mods hat sich noch ein wenig gedauert. Ja, Safti, du bist ja auch bescheuert, was Mods angeht. 100 Mods ist zu viel. Achso, ja, ich spiele natürlich auch mit Mods ein paar Sachen, die man wahrscheinlich kennt, aber hier sollte eine Mod-Liste sein für Interessierte, welche ich nutze, kann ich auch nur empfehlen, viele davon sind halt wirklich Mods, die man haben sollte, solange man jetzt schon ein bisschen gespielt hat. Ich finde immer, Mods sollte man dann einstellen, wenn man das Spiel auch schon ein bisschen kennt und dann sagen kann, ja, okay, der Mod macht jetzt Sinn oder der Mod macht keinen Sinn. Wir haben auch hier im Traumhotel einiges an Custom Mods, oder, ja, Custom Mods nicht, sondern an Mods, die zusätzliche Sachen reinbringen, an Deko und sowas. Das wäre wahrscheinlich noch was für Franzi. Also zum Beispiel diese Sachen hier sind gemoddet. Die großartige Glasskulptur und hier haben wir ein glitzerndes Einhorn. Deko! Ja, das ist der Deko Pack 1, ist auch mit verlinkt. Dazu zählen auch hier diese schönen Lampen, gibt es jede Menge unterschiedliche und vor allen Dingen Glassiegel, sehr viele unterschiedliche Glassiegel, hier kann man es aussehen, die hier sind auch gemoddet, genau wie die hier oben, hier eine Seite, da ist ziemlich viel gemoddet. Das hier sind Wallpaper, die haben keinen großen Zweck, das sind einfach nur Hintergrundfliesen, um um ja, das Aussehen zu verändern und vor allen Dingen verstecken die die Leitung dahinter. Das ist ganz nett. Nutzen wir halt auch viel. Also die Mods sind alle verlinkt, kann ich nur empfehlen, Wallpaper, dann Deko Pack 1, ich glaube Funitschop Pack oder so gibt es dann noch, das ist hier für diese ganzen schicken Holzmöbel und Sofen, hier das hier zum Beispiel das Sofabett, dann ist da glaube ich der Kamin hier oben dabei, hier so ein größeres Holzbett, also es ist unfassbar schön, was die Modder da zusammen gebastelt haben. Ach du Schreck, was ist das denn für eine Base, ich bin ja noch ein absoluter Noob, das ist halt schon, das ist halt schon ein sehr advanced hier, das muss man dazu sagen, also die Traumhotel, ich spiele ja schon eine gewisse Zeit, ich weiß nicht, bei wie vielen Spielstunden ich mittlerweile bin, ob die 2000, ich glaube über 2000 sind es mittlerweile, ja, da geht man das Ganze ein bisschen anders an und das soll natürlich jetzt nicht erschreckend wirken, aber es ist in Oni einiges mehr möglich, sagen wir es so, Custom furniture, genau, genau, Custom furniture, Kamin, ja den Kamin gibt es auch, der macht auch richtig Hitze und wenn man den nur als Deko haben will, ist das nicht so cool, wenn der dann an ist, weil der macht echt verdammt viel Hitze, hier diese schönen Sitzkissen gibt es auch und alles mögliche, also es gibt so coole Deko Mods, das glaubt man gar nicht und wie gesagt, wir sind ja gerade dabei oder die Community ist dabei, hier gerade einen neuen Raum zu entwickeln, da gibt es dann eine Ausschreibung und dann gibt es Wildcards zu gewinnen, also die Leute, die die Wildcards bekommen, die haben dann eine höhere Chance im DLC später einzuziehen, ja und die wurden nämlich hier schon gestaltet, die beiden Räume, einmal von Didi und Dio und die haben die Ausschreibung gewonnen, sehr cool auf jeden Fall, die sind alle viel kreativer als ich, so viel kann ich sagen, ja hier sind halt noch ein paar Zuchten, hier Hedgezucht, sonst gibt es die Tage wahrscheinlich auch noch ein neues Tutorial zur Hedgezucht, ein Zyklus im Leben von schon wir dir zu, wie, wir gucken jetzt mir zu, oh je, oh je, oh je, ich versuche gerade irgendwie mit den Transitröhren klar zu kommen, das ist gar nicht so schwierig, können wir uns gerne angucken, aber wir müssen uns jetzt erstmal einen Zyklus lang mich angucken, wo bin ich denn überhaupt da, da müssen wir jetzt noch eben kurz warten, in der Zeit können wir gerne mal über Transitröhren quatschen, also du hast hier halt den Eingang und da ziehst du dann einfach nur die Transitröhren lang, es gibt dann hier noch so ein Zwischending, um zwischen Ziegeln rauszukommen, damit die Duplikanten rauskommen, brauchst du hier nicht so einen Transitrohr-Eingang, Manager-Kontrolle, so, 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 wo läuft das hier, fällt mir ein, ich muss mir auch noch ein Büro bauen, ja, überlegt, mache ich mir vielleicht irgendwo hier mit rein, so, am Drucker oder so, keine Ahnung, mal schauen, irgendwo brauche ich noch ein Büro, so, wo ist der Hotelmanager, wo treibe ich mich rum, wo bin ich da, da bin ich, so, dann gucken wir mal, was ich so mache, erst mal, erst mal futtern, das habe ich nicht gesagt, könnt ihr ruhig zugeben, ist kein Problem, wir wollten nur kontrollieren, ob ich wirklich arbeite, dabei bin ich einer der schwerst arbeitendsten Duplikanten hier überhaupt, muss ich selber ein bisschen lachen, ich weiß gar nicht, ob Kerstin und Legolas schon wieder unterwegs sind, weiß auch gar nicht, gibt es hier Leute, die nur Hauptspiel spielen, die jetzt gerade vielleicht mit reingekommen sind, also die meisten spielen ja momentan eher DLC, und das ist ja, achso, das mit dem Maus, ne, ich habe es nicht überlesen, ich habe geguckt, 195 Stunden, Spielzeit hat diese Kolonie, danke Kerstin, das wusste ich nicht mal, was sagte, wäre du aufs Klo gehst, ne, ich habe es nicht überlesen, ich habe es wieder vergessen, ich habe es gelesen gehabt, sind mittlerweile auch alle wieder geheilt, ja, Frank hat sich um alle gekümmert, es sind alle wieder heile nach der Magma-Dusche, ich spiele mit installiertem DLC, habe am Anfang ausgewählt, dass man eher Basisspiel spielen will, ähm, ja, ich bin da noch zwiegespalten, also, ich sehe das wahrscheinlich auch wieder anders, aber für mich ist das DLC momentan leichter als das Hauptspiel, ähm, aber ich sehe das wahrscheinlich auch wieder anders, weil Leute, die jetzt noch nicht so viel gespielt haben, haben da andere Schwierigkeiten, ähm, ich würde tatsächlich, glaube ich, wenn ich mit Uni anfangen würde, erst mal mit dem Hauptspiel anfangen, weil da kann man sich dann auf die grundsätzlichen Sachen erst mal konzentrieren, die das Spiel so ausmacht, und man hat dieses Ganze mit den Raketenfliegen und so noch nicht so früh dabei, was, ja, wieder andere Probleme schafft. Man hat eine coole Mischung aus beiden neuen Stuff, aber noch sehr viel weniger Raumfahrt als nur DLC, ja. Und Conny, wie willst du eigentlich die Magma in den Daturaum bringen? Ja, pumpen, wir pumpen das. Schon eine Kolonie über 2K und wollen auch nicht mal über gelbe Forschung. Oh. Über 2000 Zyklen und du hast noch nicht mal die gelbe Forschung gehabt? Stop. Jetzt müssen wir mal kurz überlegen. Gelbe? Oha, was ist hier los? Oh. 600 Grad in dem Raum hier. Ich glaube, die Puffs haben uns einfach mal den Raum leergezogen. Ah, okay, da müssen wir uns gleich drum kümmern. Mist. Jetzt verstehe ich auch, warum wir kein Oxylit haben. Ja, da müssen wir gleich mal nachgucken, was da los ist. Hier ist übrigens unser unendliches Lager gewesen. Also, wir lassen alle Materialien auf einen Block droppen, um, ähm, ja, weniger Performance-Probleme zu haben, aber es hilft halt nicht mehr besonders viel. Aber es ist halt ganz cool, wenn man ein Zentrallager hat und alles an einem Ort liegt, kann man mit den Förderschienen halt alles genau dahin bringen, wo man es braucht. Die Floys, hallo, ich grüße dich. Dankeschön. Dankeschön. Äh, ja, für die Leute, die es jetzt gerade nicht wissen, ähm, zweimal im Stream kann man sich hier einen Zyklus im Leben von wünschen und dann gucken wir einen Zyklus lang einen Duplikanten zu. Das machen wir jetzt gerade. Sind die unendlich Sachen Mods oder ist das regulär? Ne, das ist, äh, Spielmechanik ausnutzen. Minus. Also, das sind keine gemodderten Sachen. Es gibt gewisse Mechaniken im Spiel, die kann man, äh, für so unendliche Sachen nutzen. Ähm, das ist nicht jedermanns Sache. Das kann ich verstehen. Ich habe mich dazu entschieden, das zu nutzen, bis zu einem gewissen Grad, um gewisse Mechaniken zu umgehen und, ja, mein Gewissen kommt damit klar. Ich kann das verstehen, wenn das nicht jeder machen möchte, aber, ja, so ist es halt. Da auch gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbeigucken, habe ich letztens noch einen, ja, das heißt, letztens ist es schon wieder zwei Monate her, ein Video gemacht, wie man unendliche Gastanks bauen kann, was ich sehr nützlich finde. Unendliche Flüssigkeitstanks ist so eine Sache, braucht man nicht unbedingt meiner Meinung nach. Gastanks sind, finde ich, da wichtiger, weil man sehr schnell an den Punkt kommt, an dem man viel Gas speichern möchte, aber es mit den regulären Tanks nicht kann. Also die 150, die 150 Kilo, die die regulären Tanks speichern können, sind halt einfach Müll. Ich habe gestern Abend noch bei jemand anderem im Stream drüber gequatscht gehabt, dass die einfach nur 150 Kilo speichern können, die Tanks da, die man jetzt gerade gesehen hat, das ist einfach nur lächerlich. Einfach lächerlich und leider Müll. Ich glaube, Franzi bräuchte sowas als Gastank. Da hatte sie vorhin Probleme mit. Ja, kann ich verstehen. Wer überholt mich denn da? Kraxler, hier am Glitzern. Dabei bin ich schon so schnell. Ich mache meine Raketen zu unendlichen Gastanks. Hacker 150 Kilo pro Teil. Du meinst die DLC-Raketen, ne? Die DLC-Raketen-Tanks sind auch deutlich besser. Ja, das ist halt was, was ich nicht verstehe. Also sie hätten mit den Raketen-Tanks auch die normalen Tanks anpassen sollen. Weil die haben, ich weiß nicht mehr, wie viel Kapazität haben die? Aber deutlich mehr. Auf kleinerer Fläche. Ja, das ist so Panne. So. Ich glaube, dann ist der Zyklus jetzt auch rum, ne? Ich muss jetzt, ich gehe jetzt essen. Ja. Ja, Toilette. So, dann schalten wir wieder um. Und dann kümmern wir uns jetzt als erstes hier drum. Das ist natürlich richtig ein Mist. Weil, ich vermute, der ist inaktiv, ne? Ja. Okay. das heißt, wir müssen unseren Sauerstoff hier wieder abzwacken. Zumindest teilweise. Dann sollte sich das gleich mit der Temperatur wieder erledigen. Unendliche Tanks sind halt gut, wenn man viel speichern möchte. Ich kenne jemanden, der einen Wassertank gebaut hat, der ein Viertel der Map eingenommen hatte. Das war DLC, weshalb das nicht so schlimm war. Ja, muss man selber wissen, ne? Also, die Frage ist ja auch, wie viel Flüssigkeiten braucht man? Ich baue normalerweise eigentlich keine unendlichen Flüssigkeitstanks. Das Problem ist, dass das Szenario, in dem wir hier spielen, halt erfordert, dass wir alles an Flüssigkeiten, was wir brauchen, einlagern. Auch während der inaktiven Phasen. Also, ich habe hier auch noch eine Mod. Die nennt sich Calculated Average Output. Die gibt an, wie viel einen Geysir rausschmeißt. Inklusive der inaktiven und Pausenzeiten. Das heißt, so viel bekomme ich tatsächlich aus dem Geysir hier raus. Und das ist halt meine Basis, dafür zu berechnen, wie viel brauche ich, wofür, damit meine Essensversorgung auf Dauer auch funktioniert. Und da ich ja auch inaktive Phasen und aktive Phasen einrechnen muss, wo das halt zwischengespeichert werden muss, komme ich ohne Tanks nicht aus. Das ist das Problem. Und die Tanks, also das hatten wir schon. Schade, dass man in Tanks nichts komprimiert wird oder dass man es einstellen könnte, je nach Material. das ist halt die Sache aus den unendlichen Tanks. Also man hat zwei populäre Möglichkeiten, die man hat. Also einmal ist halt die Geschichte hier mit dem, das Hohl vor dem Auslauf setzen, damit hier weiterhin reingepumpt wird und der Auslauf nicht auf Überdruck geht. Wie gesagt, schaut mir gerne bei mir auf dem YouTube-Kanal vorbei. Da ist eigentlich alles erklärt. Beziehungsweise hier ist das auch so, man setzt da Ruheöl vor, die Ausläufe und dadurch gehen die nicht auf Überdruck. Eine andere Geschichte ist halt mittels Türen einfach, ja, quasi zu pressen. Und man kann jetzt hier sehen, in diesem kleinen Teil hier mit Magma sind jetzt 636.650 Kilo Magma reingeflossen. Also irgendwo sind hier auch ein paar da. Ist auch da ordentlich am Rumbacken. Also Flüssigkeiten in so einem unendlichen Tank verhalten sich ganz seltsam. So, Saldelfin hat vorhin gefragt, wie wir die Magma da rauskriegen. Ja, über die beiden Pumpen hier und dann pumpen wir das hier in die Dampfturbinen, äh, ne, in den Dampfraum rein. Also den müssen wir jetzt heute noch zu Ende bauen. So, aber wir werden dann hier natürlich jetzt auch mal weitermachen. Wir müssen das auch mal irgendwann fertig kriegen. So. Ich will heute wenigstens den Schacht hier fertig haben und eine Pumpe mindestens da drin haben. So, dann können die wieder weg. Aber wie gesagt, fragt gerne, wenn ihr irgendwas nicht versteht oder ja, wenn ihr irgendwas seht, was ihr nicht kennt, einfach fragen. Das ist kein Problem. Ich erkläre gerne Sachen. Achso, VitaCook, hallo, ich grüße dich. Schön, dass du mal wieder da reinschaust. Ähm, ja, wir waren hier dabei. Wir wollten hier noch eine zweite Pumpe hinbauen. Hallo, Mella, ich grüße dich. Ja, mir geht's ganz gut. Ich bin ja auch kurz vorm Urlaub. Ähm, ja, deswegen geht's mir eigentlich ganz gut. So, was brauchen wir hier? Also, wir brauchen hier die luftdurchlässigen Ziegel. Wir müssen hier wieder einen Puffer bauen für den Druck, wobei der Druck hier wahrscheinlich nicht mehr ganz so problematisch sein wird. Ähm, wir brauchen hier an der Stelle noch wieder ein Ziegel für das Visco-Gel. Die Leiter zerlegen wir mal, genau wie wir die Leiter zerlegen. So, wir müssen jetzt irgendwie die Rohre hier verlegen. Das wird noch tricky, genau wie die Automatisierungskabel. Die müssen leider woanders langlaufen. Machen wir mal so. Das Kabel können wir einfach mal da lassen. Wir wollen ja hier noch eine zweite Zählung bauen für die andere Pumpe. Ja, der Conny verbringt gern Stunden mit erklären. Ja, das ist leider so. Also, das kann ich auch sehr gut. Kurze Tutorials machen, nachher sind die zwei Stunden lang. Wie geht's dir denn, Mella? Wenn du schon fragst. Das muss ich ja mal zurückfragen. So. Magma. Machen wir mit der Magma. Am besten gehen wir halt hier rüber, ne? Das ist das einzige Sinnvolle. Hier rüber gehen. So, und dann gehen wir mit der Keramik hier hoch. Wir gehen ruhig mal ein ganzes Stück weit nach oben und dann können wir mit der Rohrbrücke hier wieder drauf. So, das Rohr können wir im Großen und Ganzen da lassen. Das müssen wir gleich nur noch trennen. Wir müssen halt hier auch noch eine Kühlung hinsetzen, ne? Also, wir müssen hier noch kühlen. So wie da unten auch. Ich glaube, wir lassen das jetzt erstmal bauen. Vielleicht die Brücke als letztes bauen. Oh ja, du hast recht. Danke, Kirstin. Das ist natürlich sehr sinnvoll, wenn die Magma da noch nicht langläuft. Vor allen Dingen nicht, wenn es sich dann staunen kann. Die Leute, die das nicht wissen, mit Magma rumzuhantieren und das zu pumpen, ist eine sehr ja, schwierige Angelegenheit. Magma ist sehr heiß und sobald die auskühlt, gehen die Rohre kaputt und wenn hier Magma runtertropft, dann haben wir ein riesiges Problem. Das ist halt leider, leider, leider nicht ganz so einfach. Bei mir gut. Und staune, wie du mit dem Magma puddelst. Da gab es auch schon einige Verletzte vorhin. Also ganz, ganz bös Verletzte. Wo findet die Magma Zählung statt? Ich würde sagen, die machen wir hier drunter direkt. Also das, das können wir ja sowieso hier wegmachen. Also sobald das jetzt gleich läuft, machen wir jetzt hier den Deckel drüber und selbst wenn da noch was schiefläuft, ist es egal, weil dann ist das einfach komplett abgeschlossen. Dann, ja, können wir da zur Not noch wieder rein. Irgendwie müssen wir dann schauen, aber wenn dann da was schiefläuft, ist da ein Deckel drüber und es flutet hier nicht den ganzen Vakuumraum wieder. So, ähm, was müssen wir hier noch bauen? So, ja, die Automatisierung. So, ne? Also, hier wieder die Automatisierung dran. Den Timersensor. Dann brauchen wir da unten wieder einen Hydrosensor. Ach, wir brauchen hier auch wieder einen Tank. Stimmt, wir brauchen wieder einen Tank. Okay. Kümmern wir uns erstmal, ach Gott, was ist denn das jetzt hier für Grafik-Bugs plötzlich? So, das da dran, das da dran. So, und wir verbinden das natürlich nicht, weil ich keinen Bock darauf habe, dass die Tür aufgeht. Deckel drauf bringt nicht so viel bei den ganzen Gitterziegeln. Ja, die machen wir weg. Also, wir ziehen hier irgendwo, ziehen wir den Deckel drüber, auch über die, über die luftdurchlässigen Ziegel, Kerstin. Und dann machen wir das hier weg. Kann ich nein, ich meinte, die Erfassung der Magma nicht die Anzeige. Achso, die Erfassung ist hier. Bei einem Rohrflüssigkeitssensor. Das werden wir gleich auch so wieder bauen. So, wie weit sind wir hier? Noch nicht fertig. Schade. Wir können hier auf jeden Fall mal eben schon die luftdurchlässigen Ziegel weiterbauen. Hier fehlt noch eine Leiter. Ja. Ja, dann mache ich die Erfassung doch nach der Vereinigung der zwei... Ja, dann mach die Erfassung doch nach der Vereinigung der zwei Magma-Leitungen. Ich habe das... Ich habe die große Befürchtung, Carsten, wenn das parallel läuft, dass sich das verschluckt. Was heißt, es muss immer an, ausgehen, an und ausgehen. So, und wenn sich das überschneidet, könnte es sein, dass die Zählung sich verschluckt. Deswegen will ich eine zweite Zählung dahin machen. Das Ganze funktioniert halt nur, wenn es an und ausgeht. Das ist das Problem. LKW. Was tust du da? Hab ich gesagt, du sollst das machen. Lauf damit. Mach kein Blödsinn hier. Blöse Verbrennung, ich sehe das schon. So, hier können wir schon mal einen Luftdurchlässigen Ziegel hinsetzen. Da kann die Leiter weg. Wir können hier einen Tank hinsetzen. So, wie weit ist die Leitung? Keramik, sehr gut. Dann können wir hier schon mal jetzt die neue Rohrbrücke setzen und die Magma umleiten und hier trennen. Da müssen wir schauen, wie wir den Rest da zusammen frickeln. Wieder auf jeden Fall nicht einfach. Ganz und gar nicht einfach. Mist, ey. Ja, holl. Eigentlich wäre es sinnvoller gewesen, was anders zu handhaben. Hier hoch zu gehen. Ich glaube, das machen wir auch noch. Meine Befürchtung, die ich gerade habe, dass das hier zu eng wird, weil ich muss da ja auch noch die Kühlleitung irgendwie langlegen. Und da drüber steht halt direkt die Pumpe. Das wird wahrscheinlich nicht klappen, da an der Stelle. Nicht mit der Rohrbrücke da. Ich brauche den Platz auf dem freien Ziegel. Das ist das Problem. Was wir halt machen können, ist hier halt einfach direkt nach oben gehen. Das macht halt mehr Sinn. Ich brauche diesen Platz da auf dem Ziegel. Das geht nicht anders. Da kannst du nicht mit den zwei Zählungen mit den ganzen Logik-Schaltungen addieren. Es ist ohne, Carsten. Ohne und Automatisierung. Und wir wissen alle, dass sich das gerne mal verschluckt. Das ist leider nicht ganz so genau. Vor allem nicht in so einem Spielstand wie hier. Wir gehen auf Nummer sicher, machen eine zweite Zählung und dann hat sich das. Alles interessiert uns ja schon, wo wie viel wir da reinpumpen, oder? Ich brauche aus Keramik, ne? Ja, okay. Ja, was wir auf jeden Fall wieder machen können, ist die Rohrleitung hier wieder zerlegen. Die ist überflüssig. Okay, hier dauert es jetzt noch ein bisschen, bis das gebaut ist. Wie schaut es hier aus? Gut, hier geht's weiter. Können wir die übertragen, dann können wir die zerlegen. Und dann können wir darunter die nächsten Türen bauen. Ja, langsam, aber sicher kommen wir an den Grund des, 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 der Kolonie. Gute Keramik. Das finde ich nicht so cool. Ne, das holt ihr da wieder raus. Und wenn ihr euch ein bisschen verbrutzelt. Das ist nicht cool. Haben wir nicht so viel von, das brauchen wir noch. So. Rohre. Okay, wir können das jetzt hier verbinden. Dann können wir es hier auftrennen. Dann müssen wir die eben leer laufen lassen und dann können wir da unten anfangen zu zerlegen. Conny, erklärst du bitte nochmal das Pumpen vom Magma? Kannst du kurz die Magma-Pumpen-Prinzip zeigen? Ich kenne das Konzept, doch ich habe es noch nie im Prototyp gebaut. Der Vita guckt noch da. Also ich zeige es gerne. Und zwar ist das Prinzip eigentlich sehr simpel. Es ist nur schwieriger umzusetzen. Also die Pumpe pumpt im Kreuz. Hier kann man das sehen. Also hier hinter sieht man auch noch, dass es halt leuchtet. Das ist auch eine Mod übrigens, die anzeigt, wie weit die Ranges von den Buildings. So, und die Pumpe zieht halt aus diesem Kreuz. Aber damit die Pumpe überhaupt zieht, ist es wichtig, dass auf diesem Punkt eine Flüssigkeit ist. Und die Pumpe pumpt jetzt, obwohl sie nicht in der Magma drin steht, aus diesen beiden Feldern an. Dieses Feld ist halt wichtig, damit das überhaupt funktioniert und die Pumpe anläuft. Wie kommt es, dass das Visco-Gel nicht überhitzt? Ja, weil die Pumpe steht nicht direkt in der Magma und die einzige Temperatur, die ans Visco-Gel drankommt, ist die Eigentemperatur, die von der Pumpe ausgeht. Die Pumpe produziert ja zwei KDTUs an Wärme und wir kühlen das Ganze hier halt mit einem Radiatorrohr auf dem Visco-Gel. Das ist einfach nur eine Kühleitung. Rundrum ist Vakuum, daher hat das Visco-Gel keinen Kontakt zum Magma. Genau. Auch gerne bei mir auf dem YouTube-Kanal vorbeischauen. Ich habe da ein super ausführliches Video dazu gemacht. Das war, glaube ich, Vulkane für Fortgeschrittene, so hieß das Video. Da habe ich drei Möglichkeiten euch aufgeführt, wie ihr Magma im Dampfraum nutzen könnt und eine ist halt, die Magma zu pumpen. Ziermat-Glock, vielen Dank für dein Follow und willkommen bei uns. So viel dazu. Ja, das hat Conny vorhin sogar Gewissen macht A. Was? Conny sogar bewusst ausgenutzt. Was habe ich bewusst ausgenutzt, Carsten? Bitte, sehr interessant. Ja, freut mich. Dankeschön. Ja, Oni ist einfach ein faszinierendes Spiel und ich habe schon so viel gespielt und es sind immer noch Sachen dabei, wo ich denke, ach guck mal, das kann man ja so viel geiler so bauen. Also auch so mit den ganzen Tutorials, die ich mache, ich überlege mir dann halt immer vorher, wie kannst du das machen, das machen, dann fängt man an, sich mit so einer richtig banalen Sache auseinander zu setzen und dann so, ach guck mal, das geht ja viel einfacher, wenn man so macht oder dann findest du wieder da einen Trick oder da einen Trick. Oni ist halt ein geiles Game. Es macht einfach nur Spaß. so und neben dem Traumhotel spiele ich ja hier auch immer wieder mal Challenges und da geht es demnächst auch mal los wieder mit einer neuen, da freue ich mich sehr drauf. Der Didi hat ja eine Custom Challenge eingereicht und bereitet die gerade vor. Sie wird auf jeden Fall interessant. So, muss ich jetzt noch nach da? Muss ich noch hier links rüber? Nein, eigentlich nicht. Ja, es wird jetzt interessant hier mit den Rohrleitungen. Jetzt muss man ein bisschen frickeln. Das muss weg, das muss weg. Jetzt muss man ein bisschen frickeln. Die Pumpe kommt da drauf und dieser dieser Punkt hier ist für die Pumpe zum Abpumpen. Liegt hier eigentlich noch Zeug? Ja, stimmt. Wenn man mal alles wegräumen. Ja, da liegt leider auch wieder ganz viel Stuff. Dennoch um uns irgendwann, wenn es dann alles weg ist. Ich schlage auch die ganze Zeit um den Custom Challenge Button, aber ich habe Custom Challenge Button Verbot. Ja, hast du. ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich werde die Dinge so erstmal einfach rausnehmen, bis die Custom Challenge von Didi erledigt ist. Es ist wieder so weit. Ihr kommt alle mit ins Bett. Ach, schön. Da haben wir den ganzen Abend drauf gewartet, Jesse, dass du uns mit ins Bett nimmst. Also, schön. Da freuen wir uns doch alle wieder. Rajo des Sipo, vielen Dank für dein Follow und auch willkommen hier. So, ähm, was wir hier brauchen, ist jetzt halt die Pumpe. Die setzen wir nach hier und das passt genau. Was wir jetzt hier machen müssen, ist ein Radiatorrohr. Dann nehmen wir jetzt einfach, nee, wir nehmen Stahl. Besser ist besser, wir nehmen da Stahl. So, und wir gehen dann hier auch so da drauf. Wobei hier Keramik eigentlich egal wäre. Oh, nee, es ist nicht. Nee, nee, es ist nicht. Das ist sogar sinnvoll, wenn wir hier Keramik nutzen, weil wir hier stumpf durch die Magma durchgehen. Nee, nee, das ist schon gar nicht so doof, wenn wir da Keramik machen. Auch wenn wir hier trennen müssen. Übrigens, äh, für die Leute, die vielleicht ohne Mod spielen, eine Mod, die ich euch auf jeden Fall empfehlen würde, sagen wir zwei. Wenn man jetzt so gar keine Mods nutzt, diese Schere hier, nennt sich Playas, ist mit verlinkt, einfaches Auftrennen von allen möglichen Leitungen, also ohne dem ist für mich Spielen mittlerweile unspielbar geworden und ansonsten Sweeper Type heißt, ihr lasst nur Sachen aufräumen, die ihr auch wollt. Also zwei Mods, ohne die ich ganz, 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 ganz ungern spielen würde. Gruppenkosteln. Die Kühleitung kann beide Viskogiele, ja, ist kein Problem, Carsten, da geht es ja nur um die Eigenwärme der Pumpen. Das ist kein Thema, was kriegen die denn? Ihr wart ja schon mit dem Kinderbettchen, ohne dass ihr es lustet. Ach so, wir waren im Kinderbettchen, ah. Sag mal, war ich jetzt die Gute-Nacht-Geschichte oder wie, Jesse? Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Andererseits, direkt, direkt von klein auf, auf Unitrim. Das macht eigentlich schon Sinn. Aber Flyers greift schon derb in die Spielmechanik ein, weil du die Leitung ändern kannst, ohne dass du Dukes dazu benötigt werden. Ja, da muss man halt, entweder hat man da Bock drauf oder nicht, Harry. Weil dieses, ich zerlege jetzt Leitung, weil ich es ein bisschen anders haben will, ist halt ätzend. Genau, das stimmt auch wiederum. Leitung verbinden geht auch ohne Dukes. Du kannst sie nur nicht wieder zerlegen. Das ist halt der Unterschied. So, wir setzen hier noch neuen Dingens hin. Ah, shit, da, ne? Nee, stopp, das Quatsch. Das funktioniert so nicht und das machen wir am besten einfach von hier oben. Ja, machen wir hier. haben wir hier einfach das Visco-Gel. Lassen wir von hier entleeren und fertig. So. Strom. Oh, Strom haben wir noch gar nicht benutzt. Stimmt, da war was. Strom. Wir brauchen ja hier Strom dran. Gut, haben wir das auch. Und was wir natürlich jetzt auch noch brauchen, ist das Automatisierungskabel eigentlich gebaut. Ja, sehr gut. Gut, das heißt, wir zerlegen da und trennen da und dann können wir das gleich direkt wieder nutzen. Ja, was wir noch machen müssen, ist die beiden miteinander verbinden. Dann brauchen wir da noch die zwei Sensoren. Mal Visco-Gel und einmal Magma. Die Leiter machen wir mal weg. Man könnte das jetzt noch weiter nach unten setzen. Ich bin noch nicht so ein Freund von alles hier direkt da dran zu sitzen. Wer weiß, dass da alles schief gehen kann, das ist ohne. Ah, wir machen einfach einen kleinen Portion weiter. Irgendwann kann er es akzeptieren. Was? Was, 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 was? Ich sage es immer wieder. Du hast eine wunderbar beruhigende Stimme. Oh, danke schön, Jesse. Musste ich mir aber richtig bedanken. Wird mir wieder Sachen unterstellt. Ich sage ja auch mal gute Nacht. Ja, Rich, vielen Dank, dass du da warst und dann eine gute Nacht. Tschüss. Oh Gott, wir haben es 21 Uhr. Das ist ein guter Zeitpunkt, um mal eben kurz die geplante Pause zu machen. Ihr kennt es. Fünf bis zehn Minuten. Länger machen wir nicht. Ich muss nämlich ganz dringend wohin. Ich lasse das Spiel so weit weiterlaufen und dann kann hier schon mal alles fertig gebaut werden. Müssen wir hier nochmal einfach einbauen. Was ist denn hier schon wieder passiert? Oh Mann. Wie haben die Dachs schon wieder hingekriegt? Ach, ich frage gar nicht. Es ist Oni. Es ist Oni. Gut, ihr Lieben. Ich lasse es trotzdem weiterlaufen. Wir sehen uns gleich. So viel zum Thema Basin. Nein, 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 nein. Welcher Clip lief da gerade? Ist schon öfter passiert, ne? So, wir bauen hier weiter. Den Auslass brauchen wir da. Dann müssen wir hier halt noch die Automation machen. Wir müssen hier vor allen Dingen zerlegen. So, das müssen wir zerlegen. Da müssen wir trennen. Übrigens saftig, ich habe das gerade gelesen. Ich wusste das gar nicht, dass man das jetzt machen kann, dass die Duplikanten das machen müssen mit dem mit dem Trennen. Das finde ich wiederum eigentlich sehr cool. Das aus Shipwreck, wo alles abgefeilt ist. Ach so, ja. Das war schön. Der Shipwreck war sowieso sehr spaßig, muss ich sagen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wir das auch dauernd nochmal spielen werden oder vielleicht auch irgendwann in naher Zukunft noch ein eigenes LP daraus machen. Ich fand das Shipwreck sehr cool. Hat mir viel Spaß gemacht. Also mal schauen. Ich will jetzt nicht zu viel verraten. Das Video kommt übrigens nächste Woche. Generell nächste Woche, wenn ich Urlaub habe, werden viele VODs kommen, die noch nicht veröffentlicht worden sind. Könnt ihr euch drauf freuen. So. Was müssen wir noch machen? Keramik. So, wir müssen hier rüber. Hier rüber. Und dann hier lassen wir ein bisschen Luft und gehen dann hier oben drauf. Dass wir auf jeden Fall genug Pufferzone dazwischen haben. So, ich meine, der Tank, der ist ja auch noch dazwischen, also es sollte da an der Stelle kein Problem geben. Hier sehe ich gerade, ist noch ein einzelnes Rohrstück, was wir noch wegmachen können. So, haben wir dann alles? Ich denke. Er hat wieder das böse Wort mit U gesagt. Hallo? Ihr könnt mir doch mal auch einfach den Urlaub gönnen. Wo ist denn das Problem? Ich gönne euch doch auch immer den Urlaub. Immer. Oder habe ich schon mal gesagt, nee, ist vor Kacke, dass ihr Urlaub habt. Äh, so. Die Einstellung können wir hier auf jeden Fall schon mal übertragen. Genau wie hier. So, irgendwann, warum haben wir da noch keinen Strom? Eine unreichbare Baustelle? Ja, da ist doch... Ah, ach so. Wir kommen aktuell da nicht runter. Das ist natürlich doof. Das sollten wir mal ändern. Kannst du nicht Urlaub machen und streamen? Das mache ich aktuell schon. So, übrigens hier habe ich mir jetzt was überlegt. Wir werden den Mist hier einfach vernichten. Ich habe da keinen Lust drauf. Also ziehen wir jetzt hier Türen hin, machen danach wieder Türen hin und dann vernichten wir den Mist da einfach. So, ganz unbürokratisch werden wir das einfach da vernichten. Ganz easy. Eigentlich ist es hier nicht so cool, dass wir da Obsidian vorhaben. Vielleicht, wenn wir das gleich mal anlaufen lassen, muss dann doch noch mal einer da hin und das wegbuddeln. Zumindest die beiden Ziegel hier vor der Tür. Das ist nämlich nicht, welche Ausweckung das hat auf den Durchlass. Ich könnte mir vorstellen, das könnte doof sein. Viskogel, 100 Kilo, okay. Hat jemand von euch gerade Viskogel in der Hand? Ne. Gut. Ich will hoffen, dass das jetzt irgendwo getroppt wurden, wo es problematisch ist. Ne. Dann kann das Ding hinweg, genau wie der Ziegel kann hier weg. Strom. Automatisierungskabel. Dann können wir hier schon mal wieder alles aufräumen lassen, damit das gleich nicht so lange dauert. Ja, was müssen wir hier noch machen? Wir müssen noch die Dingens bauen. Aber wir könnten das auch machen, wenn wir gleich alles dicht gemacht haben. Dann machen wir hier sowieso den Deckel drauf. Könnten wir eigentlich auch schon mal mit anfangen, den Deckel draufzusetzen. Ne. Keramik brauchen wir dafür nicht. Machen wir das so. So. Den Zugang lassen wir dann noch. Dann können wir da eigentlich gleich schon mal anfangen, oben zu zerlegen. Wenn alles soweit fertig ist. So. Ne. Wir wollten ja hier noch einen gleich Lauf da rein schicken zum Wegbuddeln. Oh. Da gibt es auf jeden Fall wieder Verbrennungen. Zum Glück bin ich Aufräumer. Ich wollte schon sagen. So. Hier. Den Stahlding. Okay. Nicht so wild. Wir haben ja hier noch keine Magma drin. So. Könnt ihr das Stahl hier noch rausholen? Den Stahl. Ist ja ganz cool. Ich glaube, das wird nichts mehr. Oder es wird leider eingesperrt. Das war so klar. Wer macht das gerade? Einer von euch beiden. Okay. 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 Glückwunsch. Glückwunsch. So. Dann räumen wir hier nochmal alles weg. Ah. Okay. Wir haben alles weggeräumt. Sehr cool. So. Jetzt kurz mal entschauen. Haben wir irgendwas vergessen? Also. Radiatorrohr läuft. Viskogil wird gekühlt. Hier ist auch soweit alles klar. Der steht auf Viskogil. Der steht auf Magma. Auch soweit gut. Zähler fehlt. Ja. Den bauen wir gleich. Ich will jetzt erstmal nur die Magma reinlassen. Die Pumpe noch nicht verbinden. Und dann bauen wir gleich sobald der Deckel drüber ist bauen wir hier zurück und setzen den zweiten Zähler direkt da drunter. Ähm. So. Rohre sind noch nicht verbunden. Ja. Gut, dass wir noch mal geguckt haben. Äh. Es ist eigentlich egal. Bei den Rohrbrücken. So. Ja. Müsste egal sein. Ähm. Was wir dann noch machen können ist hier zerlegen. Und den Rest dann da wegholen. Der dann wieder runterfällt. Ich glaube, dann sind wir eigentlich gleich so weit. So. Wie schaut es hier aus? Da sind sie gerade dabei. Ich habe das Problem gefunden. Shit. Äh. Ja. Okay. Jetzt weiß ich auch, warum der Magma drin ist. Mist. Okay. Die habe ich nicht mit gerechnet. Bonsai. Vielen Dank für deinen Follower und willkommen hier. Shit. Da hat sich die Magma echt so weit nach oben gedrückt. Müssen wir das jetzt mal ein bisschen anders handhaben hier. Wie machen wir das? Was sind das hier heute für Grafikbugs hier mit den Dingens? Unglaublich. So. Setzen wir da Isoziegel hin. Dann kann das bis nach hier hin weglaufen und fertig. Oh, oh. Magma Fälle. Gerstin, was machst du da? Vielen Dank für das Geschenk. Abo an. Lusol. Vielen, vielen Dank. Komme ich denn zu der Ehre? Features. Voll. Kommen die dann auch weg? Nicht zu lange da drin stehen bleiben, ihr Lieben. Ihr wisst doch, dass das ganz böse ist für euch. Abisalit, das dauert halt bis wir wegbuddeln. Speed Dragon. Renn. Ach, komm schon. Das kannst du von oben machen. Das musst du nicht von hier unten machen. So, dicht machen. Wie klug war das jetzt mit Isoziegeln? Ach, komm schon. Speed Dragon. Ärgere mich doch nicht. Los, 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 los. Ach, Gott sei Dank. Das kann doch nicht wahr sein. Speed Dragon, was tust du da? Du willst doch nicht in... Ach, das war so klar. Et war so klar. Ah. Der, der, der wollte da unten, der wollte da unten bleiben. Die Mawa wieder so. Ah, Dankeschön. Ich habe das Gefühl, Lava schwimmen ist nicht so geil. Bei mir haben die schon bei 50 Grad warmem Wasser gemeckert. Ja, aber das geht jetzt durch den Schutzanzug. Also ein paar Sekunden können die da drinnen aushalten, aber viel mehr auch nicht. Didi? Ach. Was, 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 was tust du da? Komm, raus hier. Ich werde doch oft da drin rum zu planschen. Ich meine, ich habe angekündigt, dass wir heute in der Magma planschen, aber noch nicht so viel. Oh, Jessie ist ganz schön angeschlagen. Okay. Dr. Frank muss mal wieder was tun hier. Oh ja. Ah. Wie sieht es eigentlich jetzt hier aus mit dem Oxylit? Okay, es ist wieder Sauerstoff hier drin. Temperatur hat sich auch wieder beruhigt. Ui, 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 ui. Didi ist wieder rein, ja. Ich denke, Speedragon und Didi war einfach kalt. Ja, was du heute gebracht hast, Harry, war auch klasse. Du bist auf der Leiter, so wie hier. Also eine Leiter direkt über dem Magma, ungefähr hier. Und dann bist du da einfach eingeschlafen. Einfach so, weil die danach war. Weil du gedacht hast, so, ja, ist vielleicht ein bisschen, dir war kalt oder so. Keine Ahnung. Ich habe dich dann da auch mal ganz schnell wegbewegt, weil ich gedacht habe, das ist nicht so der beste Platz, um zu schlafen. Ich habe mir ein wenig Sorgen um dich gemacht. Ich bin an der Frostbeule. Ja, irgendwie hatte die Vermutung, dass du deinen Popo warm machen wolltest. Ich hatte das Gefühl, das könnte hier auch noch eng werden, damit wir die Magma hier auch noch verdrängen. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht sollten wir damit rechnen. Ein Ziegel. Wir verdrängen da einiges mehr. Ja, wahrscheinlich werden wir da Probleme kriegen. Mist, wo kriegen wir die Magma denn da noch hin am besten? Der sinnvollsten wäre es hier einfach wegzugraben. Und dann Obwohl, ne, das müsste gehen. Können wir graben. Dann machen wir hier einfach noch ein zweites Becken hin, das dann hinlaufen kann. So. Oder Kalorien. Kannst du nicht links neben den Schacht alles freigraben? Ja, hatte ich jetzt vor. Also jetzt nicht alles, aber einiges kann ich da weggraben. Ein bisschen Platz gewinnen. Dann sollen wir nochmal einen schnell aufräumen und ja. So, wir vernichten jetzt hier die Magma dazwischen. Ich glaube, den müssen wir noch sperren, ne? Ich habe immer Schiss, dass hier irgendwo kein Vakuum mehr ist. Ach, der hat den Clip von gemacht. Ja, sehr cool. Das finde ich gut. Dann haben wir wenigstens eine Aufzeichnung davon, was Harry für komische ähm für komische Orte zum Pennen überlegt. So. Das Problem, das Das wird nichts. Das muss man anders machen. Dann müssen wir das jetzt leider schon hoch laufen lassen. Das geht nicht anders. Daumen drücken. Na, stopp. Wir speichern mal eben. Kein schlechter Zeitpunkt zum Speichern. Äh, ich weiß nicht. Was ist das Amat? Oder 23. Da unten kommt eh keiner hin zum Buddeln? Warum nicht? Warum? Kerstin? Bin ich mir friedlich da doch nicht. Nein, die gute Magma. Wir haben genug, Carsten. Wann soll da keiner hinkommen, Kerstin? Die beiden? Leiter fehlt? Ach so. Ah, okay. Danke. Das, äh, habe ich tatsächlich nicht gesehen. Lassen wir das jetzt erstmal rot, bis die Leiter gebaut ist. Wir müssen ja nicht zu viel Magma hier reinholen. So, jetzt. den müssen wir auf Dauergrün stellen, ne? Uns wird da dauer nichts. Ja schon, Harry, du schaffst das! Äh? Warum? Äh? 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 Lass den einen Ziegel da herstellen Da auch wieder So Die Einstellung da drauf übertragen Durchgang verboten Ah, okay, ja Das war das Problem Ja gut, wir lassen den einen da jetzt stehen, ist egal Der macht den Braten jetzt nicht fett So, dann machen wir jetzt hier Naja, ist Quatsch Dicht So, Deckel drauf Und dann ist mir das erstmal egal So Magma kann nicht nach hier oben Nein, alles gut So, und sobald der gebaut ist Können wir dann hier die Ziegel zerlegen Und Die ganzen Dann bauen wir jetzt hier gleich die ganze Zählergeschichte hin Dat weg, dat weg, dat weg, dat weg Können weg Ja Den zerlegen wir besser auch mal Bevor da irgendwer ja gleich Magma hinkippt Das wäre nicht so cool Ist Kugel am Start? Ja Liegt da unten schon Liegt schon 100 Kilo 90 Da ist was verschwunden Cool Nicht Danke Kerstin Legolas ist zurück So Automatisierung Jetzt müssen wir hier noch ein bisschen umbauen Müssen wir? Ja, müssen wir So, das machen wir mal Und Dann müssen wir sogar noch einen weiter nach unten So Dann Wir bauen das jetzt erstmal hier hin und fertig Und dann Keine Ahnung, wie wir da gleich hinkommen Mal schauen Hast du eigentlich das Oxylitraumproblem gelöst? Ja Ja Es ist Es waren zwei Kilo jetzt da drin ungefähr wieder Stabil Und Ja Gut, die Sachen waren halt noch ein bisschen kaputt Aber werden sie wohl reparieren Hoffe ich mal Na Garsten Oder wer war das? Krillow? Ich weiß es nicht So Das bitte weg Und dann schauen wir mal Dreht auch das erste Segment nach unten Ah Harry, das sind so logische Sachen Ne? Ähm Ja Schwierig So Hm Also genau umgekehrt Och Warum baue ich hier eigentlich gerade alles so starr? Weil wir es können So Die noch einmal umdrehen Dann gehen wir hier dran Den so Den so Ja Dann haben wir es Ich glaube es wird Zeit Dass der Harry mal wieder streamt Dann kann ich auch so schöne Kommentare Bei ihm ablassen Harry Wir warten eigentlich noch auf das Ende Von der Äh Hättest mich nicht Challenge Ne? Da wolltest du noch mal was gestreamt haben Glaube ich Da freue ich mich auch drauf Da gebe ich auch wieder sehr gute Tipps Das wird ein Spaß So Hier machen wir mal das rote Symbolchen aus Oh ja Dampf Rallye Hahaha Von wollen kann ich die Rede sein Doch 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 Da war was Ich bin mir ziemlich sicher Aber ich freue mich auch schon auf die Challenge Die die mir stellt Aber wieder so eine richtige Challenge Wo ich nicht weiß was los ist Was abgeht Wird interessant Ich freue mich richtig drauf Vor allen Dingen nach dieser Ätzenden Anderen Challenge Die wir da gespielt haben Boah ich konnte es auch nicht mehr sehen Zum Schluss Ich glaube du hast einen Automatisierungsgabel Ja Möglich ist dies Ja Okay So 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 Und wenn das jetzt gleich steht Können wir eigentlich gucken Ob es läuft So Wie sieht es hier aus Gut Okay Okay Dann können wir Die zerlegen Die zerlegen Und den zerlegen Die eine Tür müssen wir noch da lassen Damit wir da noch eine Leiter einbauen können Bup 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 Glaube wohl Worauf Worauf sich das auch immer bezieht Harry Auf Kommandos Stream Doch doch Ich denke schon Wer ist meiner Wer ist meiner Meinung Dass Harry die Challenge noch zu Ende spielen muss So Eigentlich Können wir dann loslegen Strom drauf Und dann Los geht's So Hoffen wir mal Dass hier alles gut geht Nö Was ist jetzt passiert Was ist jetzt passiert Vor nicht fertig Ach du Ahnst Nicht Hi stop Achso Oh Mann Was ne Kacke Boah ist das Das ist jetzt richtig bitter Wie gut Dass da ein Deckel ist Ja den Deckel werden wir jetzt aber nicht nutzen Wir werden jetzt neu laden Das nützt nix Da werden wir jetzt neu laden müssen Was ein Scheiß Ah ist das doof Ja mal wieder ein schöner Vorführeffekt Also ich glaube jetzt haben wir mittlerweile auch ungefähr alle Fehler gemacht die man machen kann Mist Da müssen wir auch noch einiges wieder jetzt neu bauen Gute aber besser als den Mister wieder leer zu pumpen Ich glaube das wäre problematischer geworden Was Conny lehrt neu Dass es morgen geht Im Reel auch nicht Ja das Problem ist Ich dachte der Deckel ist neu laden Verhinderung Naja das würde ich dann machen wenn es Später ist Aber ich habe ja extra dafür gespeichert Bei so einem Mist darf man ruhig neu laden Ah ist da doof Ah ist da doof Ist da doof Naja Wir werden es überleben Eigentlich sollte das Setup ja so laufen Challenge war aber ohne DLC Was Die hetzt mich nicht challenge Ja die war die war Hauptspiel Die Challenges die mir gestellt werden sind aktuell alle ohne DLC Das könnte man auf Dauer nochmal ändern aber Ja Also würde ich auch da auch gerne ändern Einfach aufgrund dessen dass ich Halt keinen Bock habe immer zwischen Hauptspiel und DLC zu wechseln Großartig Macht ihr die auch Eine ohne DLC Soweit ich weiß spielt der Der spielt auch aktuell sowieso nicht mit DLC Soweit ich weiß Also gehe ich da stark von aus Würde mich sehr wundern Also Didi denkt da wohl dran Glaube da brauche ich mir keine Sorgen machen So jetzt habt ihr auch mal einen Eindruck davon Wie lange es dauert diese Kolonie zu laden Also Maustage kann ich schon bewegen Übrigens ist hier gerade alles zahm und wild Äh da muss noch einer graben So Strom Hab ich den Strom noch getrennt Ja Gut Ähm Wir brauchten hier noch einen Leiter Was wir hier schon machen können ist auf jeden Fall Wir können hier schon mal Hier zerlegen Im großen Ganzen können wir hier alles schon zerlegen was Nicht über dem Loch ist Das kann auch weg Dann haben wir die Tür Die Leitern können da weg So Ist in einem PC ausgestattet Nur so aus Neugierde Kann ich dir jetzt gerade Ist ja gerade Magma reingekommen Äh Ach Okay Das lassen wir jetzt so Gut nicht so wild Vielleicht machen wir das isolierte Ohr da schon mal dran Das wäre nicht so doof Vor allem weil das noch gebaut werden muss Ach so den Scheiß Ähm Nee kann ich dir jetzt gerade tatsächlich gar nicht sagen Ich glaube Prozessor war ein E7 10700K Grafikkarte war eine GeForce 2600 Muss ich noch genau nachgucken Kann ich dir jetzt gerade aus dem Stegreif nicht sagen Harry Los Baut das Wieso Dann kann ich den Zugang auf jeden Fall schon mal Durch machen Nein nein kein Dino Nein nein Bin eigentlich auch super mit dem zufrieden Aber ich glaube bei der Polonie ist es halt auch Ähm Ziemlich Problematisch mittlerweile Um es mal einfach zu sagen So Das 9er Prio Ja Und stark könnt ihr da ruhig mal rausholen Leute Wäre ganz cool wenn einer vorbeikommt Und das erledigt Lassen wir den Stahl jetzt da liegen Ne Nein So Dann können wir den wieder zumachen Den können wir schon mal da drauf einstellen Automatisierungskabel Da war noch was Naja Das muss man noch ein bisschen Zerlegen Irgendwie anders legen Ja Der muss da hin Dann Kann das hier zerlegt werden Stop Den Und da können wir es lassen So Muss das gehen So Wo ich jetzt gleich wieder Mecker kriege Mache ich es dann halt so um Noch mehr zerlegen Mal gleich So Dann speichern wir auf jeden Fall gleich Nochmal ab Wenn der Deckel da weg ist Wenn der Deckel drauf ist Sagen wir es so So Den müssen wir umdrehen Und das Kabel geht jetzt Hier drauf Auf den rechten Dann müssen wir hier noch überall verbinden Hallo So So Die zwei Drei fehlende Müssen wir gleich noch bauen Kaka ist nicht wichtig Ja Nicht wichtig Ja Also es braucht keine Ultra Grafikkarte Für Uni Sagen wir es so Was man jetzt halt dabei sagen muss Wenn man am Stream ist Dann braucht man halt zusätzlich Nur die Grafikkarte Zumindest wenn die Renderung Oder das Codieren Über die Grafikkarte läuft Oder die Aufnahme Also bei mir läuft die Aufnahme Immer über die Grafikkarte Meistens Liegt ein bisschen am Spiel Ich muss da mal ein bisschen schauen Wie viel Ressourcen Die Spiele fressen Und dann Stelle ich die Aufnahme Auf die Grafikkarte Oder Ja Keine Ahnung Liegt so dran Was die Spiele halt verbrauchen Gleichzeitig läuft ja auch noch Das Codieren für den Stream Und ja Ich bin da halt etwas eingeschränkter Deswegen gerade bei aufwendigeren Spielen Ist das manchmal nicht ganz so einfach Die passenden Ressourcen noch zu haben Kerstin ist zurück Vielleicht glaube ich Wir sind da unten fertig Oder? Ne Warum holt denn da keiner Obsidian raus? Ach wir sind scheiß drauf Ist nur Obsidian Davon haben wir mehr als genug 152.000 Kilo da reingepumpt schon Ist wohl ne Menge So Jetzt Den da hin Richtig rum Ne Mal schrum Und den noch Glaube Dann haben wir es Da ist jetzt auch dicht Sehr schön So Hier haben wir jetzt auch alles Fertig Dann können wir Die zerlegen So Wenn jetzt alles gleich fertig ist Speichern wir nochmal erst Und dann Gucken wir mal Wie wäre es mit Schätzung Wie viel Magma das auf der ganzen Map ist Wer im nächsten dran ist Gewinnt eine Wildcard Für die nächste Kolonie Das würde ja Beinhalten Harry Dass die Kolonie noch so lange läuft Wie wir Pumpen Da sehe ich eher Gerade so schwarz Eins Zwei Drei Vier Vier Hier insgesamt Vier volle Leitungen Könnten wir unterbringen Das würde sogar klappen Mein Gott Da habe ich das sogar Vernünftig gemacht hier Das war zwar eigentlich nur Für Für Ja Halbe Leitungen Vorgesehen Aber das geht ja zum Glück Auch mit Zweien Also ich glaube nicht Dass wir das noch sehen Dass wir alles Da reingepumpt haben Kann ich mir nicht vorstellen Hallo Baut ihr das jetzt mal bitte Los Hat gerade keiner Bock drauf Egal Speichern jetzt Vierundzwanzig So Und dann Daumen drücken Es ist Ein Spiel mit dem Feuer Flüssigen Feuer Viel Danke So So nochmal kurz gucken Flüssigkeiten Sind dran Die sind richtig eingestellt Viskogel Und Magma Hier liegt auch Viskogel Was auch richtig ist Ganz Derb Connys Taum Meine Ihr müsst eure drücken So Strom Das sieht gut aus Zählung läuft Uff Jetzt immer wieder Ein Stein Der vom Herzen fällt So viel weiß ich wohl So Und das mal weg hier Sehr schön Haben wir das Okay Ich würde halt gerne Hier noch weiter bauen Ja Ich würde allerdings Jetzt sagen Dass wir so langsam Uns dann mal Jetzt um den Dampfraum Kümmern Das können wir hier Natürlich super Nebenher einfach machen Und Der steht Ja dann müsst ihr Erst die Leiter hin Kann doch hier Auf jeden Fall Schon mal Die nächsten Türen Dransetzen Haben die da Ausgehverbot Ja haben die Jetzt können wir dann Schon mal auf die Übertragen Ja Dann mach das mal So Dampfraum Das wird jetzt Noch interessant Also Die Magma Droppung Läuft hier Das ist kein Problem Was wir noch brauchen Ist hier Eine Keramikleitung Zum Glück Haben wir jetzt Mittlerweile genug Keramik da Dass wir Hier drauf gehen können Ich bin nur noch Überlegen Ob das so sinnig ist Hier Das ist schon sehr Wenig Pufferzone Was ist hier mit dem Menü los Ich glaube Ich glaube mir ist das lieber Wenn wir da noch ein bisschen Platz Zwischen haben Gefällt mir Sesser Warum liegt er beim Magma Auslass Material Gibt es das Nicht Probleme Ja ist nur ein bisschen Nur ein ganz kleines Bisschen Wir hatten hier Letzt mal ganz andere Probleme Frank Warst du noch zum Schluss Da beim letzten mal Das war viel schlimmer Okay Was brauchen wir hier Wir brauchen natürlich Hier noch Petroleum Drin Ansonsten Ich glaube Rohrotechnisch Ist schon gebaut Hier geht auch schon Eine Kühlung lang Die müssen wir natürlich Noch umbauen Die Kühlung müssen wir hier Noch umbauen Das heißt hier hinten Wird es abgetrennt Der obere Weg ist egal Ja Das müssen wir noch ein bisschen Ändern Sobald die Vakuys laufen Das können wir erst ändern Wenn Wir da Dampf drin haben Sonst gehen uns die Vakuys Schrott So Die Dampfturbinen laufen Jetzt ist die Frage Genau Ich habe hier nämlich Schon eine Dingenshin gebaut Eine Wägeplatte Ich würde halt gerne Ähm Die Wägeplatte verbinden Mit Den Ähm Pumpen Warum? Ich möchte gucken Dass wir vielleicht Die Dampfturbinen Nur dann nutzen Wenn wir sie auch wirklich brauchen Also ich möchte keine Magma Verschwenden Das war der Plan da dran Das heißt Wir müssen halt auch Den Magma Strom Ähm Abstellen Ansonsten Pumpen wir einfach Durch den Magma da rein Ohne dass wir es abnehmen Ist ja tünnisch Ich meine das wird so Natürlich auch nicht Hundertprozentig hinhauen Aber Wenn die Dampfturbinen Ausgehen Dann werden auch die Ähm Oder wenn die Werkeplatte hier bis zum Gewissen Grad voll ist Werden die Pumpen halt Abgestellt Und das kann dann noch In Ruhe auslaufen Also es darf halt nie Magma drin stehen bleiben Das ist das große Problem Informationskabel noch nicht Verbinden Ja Aber die Haben auch kein Strom Kerstin Wäre also nicht so ein Problem So Also deswegen Ich möchte halt Dass die Dampfturbinen Auch nur dann laufen Wenn wir sie brauchen Es hat halt keinen Sinn Strom zu verschwinden Denke Da geht ihr D'accord mit Ähm So Strom Ist tatsächlich Hier schon verbunden Ja Problematisch ist Wir müssten Eigentlich auch noch Strom hier drin haben Ist die Frage Was macht mehr Sinn Transformator da reinstellen Oder hier unten Einfach die Transformatoren rein Ich glaube hier unten Macht mehr Sinn Hallo Kann ich das nicht kopieren Du willst mich doch verarschen Und die Magma-Leitung Ist nicht eindeutig Okay Gucke ich sofort nach Ähm Öh Was ist das denn jetzt Äh Wo ist denn mein Wo sind denn meine Mods So Was war das Outro Hi Ich grüße dich Vielen Dank für dein Abo im dritten Monat Dankeschön Ja da lirkt er hier wieder rein Oder dass man es mitkriegt Er könnte auch ruhig mal was sagen Schön dass du da bist Na alles fresh Ja auf jeden Fall Wo sind meine Mods Das ist echt scheiße Weil Wir die verwendet haben Leute Das ist richtiger Mist Wir haben die verbaut Ne da sind sie doch Glück gehabt Okay der Modersteller hat Darüber Hat tatsächlich auch mal Seine Mod geändert Früher war es so Wenn die Mods Deaktiviert sind Dass die Dinger kaputt gehen Glück gehabt Aber ist mir trotzdem ein Rätsel Warum die hier nicht sind Dann Verstehe ich nicht Mein gut ist jetzt nicht so wild Wir können auch die normalen nehmen Weil wir hier unten Sowieso ein Vakuum haben Einige Mods gehen noch nicht wieder Hallo erstmal Dr. Gabriel Herr von Heinzel Schön dass du da bist Ich hörte davon Dass irgendwas gewesen ist Aber ich habe jetzt Eine ganze Zeit Ohne ja auch nicht angehabt Also seit einer Woche ungefähr Und Ich weiß gar nicht Was los gewesen ist Warum Haben denn manche Ach jetzt habe ich das schon wieder Versuchen Warum haben manche Mods Denn nicht funktioniert Ein bekannter Bug Seit dem letzten Patch Ah ok Ja gut Solange die erstmal da bleiben Und nicht kaputt gehen Ist mir das ja ziemlich egal So So viel brauchen wir gar nicht Zwei Stromkreise sollten ja eigentlich reichen Heißt Äh Fünf Zehn Felder Das sind Zwei Vier Sechs Acht Zehn So Nachtschicht heute Habe ist morgen Abend Eine Deadline Und bin echt So lastminute Dotcom mäßig dran Hm Das ist natürlich schlecht Aber das kenne ich Kenne ich gut Shit Ja vergessen Dass da auch noch Die Ausläufe sind Da müssen wir die Eine nach oben Verlegen Nicht so wild Das geht ja noch Ich glaube so Zwar lieber Direkt unterm Auf dem Boden Oder Kutztöpf drüber Aber gut Ist nicht so wild Schüssel Auch dir Herzlich willkommen Grüße dich Das letzte Update Denn so viele Probleme Mit den Mods verursacht Ich habe vorher nur gesehen Dass ich ungefähr Arschviele Mods Ähm Tatsächlich auch Aktualisieren musste Habe ich die jetzt eigentlich Aus Stahl gebaut Ja gut Gut dass ich auch mitdenke Obwohl ich nicht mitdenke Oder ich einfach Glück habe Manchmal Vermutlich eher zweiteres Ne So Ein normales Leiterkabel Nehmen wir Eisen haben wir genug Von hier So Dann geht er da mit dran Und da Und da So Und der geht An die beiden dran Dann Automatisierungskabel Gab anscheinend Mega Probleme Auch mit der Performance Kriege ich wahrscheinlich Nicht mehr so ganz viel Von mit Die Performance Ist hier sowieso Unter aller Sau Mittlerweile Kannst quasi Abonnieren Aktivieren Der Bug Verhindert aber Insbesondere Dass zusätzliche Building Nicht im Menü Erscheinen Okay Ja ich Warte einfach mal Ich bin gut In der Abwarten So Ähm Würderschienen Wie sieht es damit aus Also wird beladen Geht hier auf den Kreislauf Nach dem Ventil Das ist richtig Das Ventil schmeißt es Erstmal nach hier hin Wir wollten ja noch Eine Nachbereitung bauen Das können wir auch noch machen Aber Jetzt erstmal Lassen wir es dann so laufen Und bauen dann Im zweiten Step Die Nachbereitung dahinter Erstmal Erstmal Das hier am Laufen haben Das wäre schon ganz cool Was machen wir mit Den Dampfturbinen Wir brauchen Wasserstoff hier drin Shit Okay Lohnt das mit Flaschen Zu Den Wasserstoff Mal hin zu transportieren Oder jemand Erfahrung mit Wie schnell das geht Aber ich hab keinen Bock Hier Wasser Wasserstoff Nach unten zu bringen Oder lassen wir den Einfach nur Wasser Auf die Füße tropfen Was macht da Jetzt mehr Sinn Macht mal Vorschläge Achso und ja Wasser holen wir von hier oben Pizza Ah Gut Pizza ist ein guter Vorschlag Jetzt hab ich Hunger Kannst du doch nicht machen Guten Abend Ja hallo The Real Fabi Ich grüße dich Und willkommen hier bei uns So Ähm Ja Wasser holen wir uns von da oben Können wir eigentlich Auch schon mit Anfangen Hier reinlaufen zu lassen Ich seh da zumindest Gerade kein Problem mit Oh wow Vielleicht nicht aus Keramik Das ist ein bisschen OP Magmatid sollte da Vollkommen reichen So Noch was vergessen Ja da Da kommen wir nicht hin Mist Haben wir das Okay Das ist am Laufen Wie schaut's hier aus Noch alles gut Wir sind bei 2310 Kilo Gepumpter Magma Und wir haben noch Ein Vakuum Auch das ist gut Wie sieht's hier aus Okay Wir brauchen hier noch Eine Leiter Dann können wir da auch Weitermachen Äh Wir zerlegen dann hier Wieder die Türen Äh Wir sollten hier mal Wegräumen Und dann Können wir da auch mal Dichten machen Beziehungsweise hier Einen Tank hinbauen Das ist der Luz Ja Glückwunsch Zum Bekommenen Geschenke Sub Ist auch schön Gibt's die View Die ist jetzt auch Ohne Werbung Und vor allen Dingen Die schönen Emotes Zell Delfin Komm 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 Mach mal Bitte So Ja gut Er ist jetzt erst mal Einbauen Das kann man Da Ich bin so froh Dass das hier schon mal Alles am Laufen ist Aber es macht Auf jeden Fall Sinn Also von der Höhe Kriegen wir locker Zwei Pumpen Da rein So Kerstin hatte gerade noch Irgendwas gesagt Von wegen Achso Du meinst hier Oder wo bist du Kerstin Du meinst hier So Ich kann direkt zerlegen Wir haben ja noch Keine Flüssigkeit Da drin Die Stimme 1 auf 95 zu 25 Was spielst du da Ohne Kennst du nicht Oxygen not included Dann frage ich mich Wie du hier gelandet bist Was denn los So wie Fabi Was Worauf bezog sich jetzt die Frage Kann mir jetzt nicht vorstellen Dass jemand nach hierhin kommt Und Uni nicht kennt Die wenigsten verirren sich nach hierhin Und dass sie Uni kennen Obwohl Ja doch Ich spiele ja zwischendurch Auch noch anderes Spiel So ist es nicht Aber während ich am Uni spielen bin Ah Seltsam Glaube ich nicht Achso ihr Lieben Ja ich frage mal Ob ich morgen Vielleicht einfach mal Spontan So einen Uri Also Uri Stream mache Was haltet ihr davon? Ich kenne euch nicht Deswegen die Frage Was man da macht Etc Oh Ja Uni ist ein Ja Survival Ja Wer Baseball Basenbau Survival Spiel Mit Ja Wirtschaft Simulations mäßig So Es ist gar nicht so einfach Zu erklären Ui Spontan Stream Ich weiß nicht Hat der Frank denn Zeit Ich möchte halt ungerne Uri spielen Wenn der Frank keine Zeit hat The Real Fabi Gerne mal auf meinem YouTube Kanal Vorbeischauen Auch Natürlich an alle anderen Habe ich auch Die Kolonie Die Spiele Von Anfang an Die man sich angucken kann Dann sieht man auch Vielleicht ein bisschen mehr Bis jetzt Rallt halt schon Nah am Endgame Oh wow Oh wow Oh wow Irgendwas ist da Heiß drin Schnell Shit Schon zu spät Oh man Da habe ich nicht drüber nachgedacht Wie viel ist das? 100 Kilo Wie viel brauchen wir Für einen normalen Ziegel? 200 Okay Seid ihr klug genug Das aufzufangen Wenn ihr das zerlegt Und das braucht? Hm Hm Ah da liegt sogar irgendwas Liegt denn da? Granit Ziel ist aus Granit Sehr cool So und Jesse Komm da raus Bitte Tu mir den Gefallen Komm da raus Und bleib draußen Kann schon Ach Das ist doch jetzt nicht wahr Ihr sollt das fertig bauen Und nicht hier So Jesse Was hast du? Wer von euch hat denn jetzt Bitte hier die Priorität Das zu bauen? Kann doch nicht wahr sein Ich Okay Puh So Ja gut Der Dampf Der Dampf Ist jetzt nicht das Problem Wir werden es gleich aufwischen Und dann Gut So Ich darf da erstmal Darin abkühlen Oh man Oh man Oh man Oh man Oh man Hier war eben was Ganz schön hot Oh man Oh man Spontane Ich bin bei jedem Stream dabei Ah das stimmt nicht Frank Das stimmt nicht Das große Vakuum Solltest du ja nicht Den kleinen Abschnitt Wolltest du ja nicht Den kleinen Abschnitt Unterteilen Der Dampf ist jetzt nicht So das Problem Der kühlt hier an den Leitern aus Da ist Sauergas Oder verschmutzte Sauerstoff Viel viel schlimmer Die rechte Datu hat schon versucht Zu laufen Da könnte Wasser In der Ablaufleitung sein Das Wasser ist mir egal Also Ist mir eigentlich gerade wusste Ich lasse das Wasser Jetzt da reinlaufen Und dann soll sich das Erstmal abkühlen So Nämlich Schnauzen voll hier Aber was wir auf jeden Fall Schon mal machen können Ist Hier mit einem Flaschenentleerer Oh Ähm Schau mal Petroleum Warum läuft das eigentlich In letzter Zeit Immer So Kacke Hier so Zum Ende des Streams Das ist unglaublich Doof Das hier kein Wasser ist Wirklich Wirklich doof Dann könnten wir hier Wenigstens schon mal Petroleum reinlaufen Da sind Chaos Conny Produzt Chaotisches Chaos Danke 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 Übrigens der Dampf Das ist hier auch einfach Kein Wasser Auf dem Boden Gas Also es ist kein Gas mehr da Und Flüssigkeiten sind auch nicht da Das hat sich hier kondensiert Aber ansonsten ist es weg So Dann machen wir auf jeden Fall schon mal weg Wenn du die kleinen Gasschleusen machst Gibt es da eigentlich einen simplen Weg Um einen Tropfen Wasser dorthin zu kriegen Ähm Wenn du die kleinen Gasschleusen machst Gibt es da eigentlich einen simplen Weg Um Einen Tropfen Wasser dorthin zu kriegen Ich mache ja nur diese normalen Also Du kannst es einfach nur dahin kippen Und hoffen dass dann da was ist So wie jetzt auch hier Also wir stellen jetzt hier Petroleum rein Und es läuft ja auch dann hier was hin Oder du kannst den Flaschenhintleerer nach hierhin stellen Und dann läuft es da so runter Aber ich mache die eigentlich immer voll Hat nämlich auch den Vorteil Wenn die komplette Masse da drin ist Dass es dann auch nicht So schnell überhitzen kann Weil letztes Mal hat man echt das Problem Ich habe Ruhe genommen Und das war wirklich nur so ein Pipi bisschen was da lag Und dann sind die da mit heißem Stahl durchgelaufen Und ich hatte hier überall Sauergas Das ist halt so Also ich nehme da lieber mehr Masse Also nur so ein Bisken ist halt immer problematisch Das wäre echt ganz cool Was ist denn hier eigentlich so heiß Hier der Transformator 99 Grad Und die intelligente Batterie 97 Grad Und das Wasser hat hier schon fast 100 Grad Achso ja Okay Das Wasser ist ja auch fast 100 Grad heiß Was von oben kommt Morgen Okay So wie schaut es hier aus Das läuft Unfallfrei Da bin ich auch sehr stolz Die ganz kleinen Schleusen mit dem einen Tropfen Diagonale sind immer sehr heikel Deshalb baue ich die nicht gern Und Conny geht es vermutlich ähnlich Ja Also ich baue die Es gibt Situationen wo das Sinn macht Zum Beispiel wenn man jetzt in der Base Kurzfristig eine Schleuse braucht Ich brauchte das zum Beispiel hier mit den Zombiesporen Die der Carsten hier unbedingt haben wollte Da habe ich auch nur so eine So eine Mini Schleuse gemacht Weil ich halt keinen Bock hatte Hier super viel Flüssigkeiten rumliegen zu haben Die man wieder irgendwie wegschaffen muss Ansonsten bin ich da eigentlich ein Freund von Ich glaube ich nehme jetzt einfach hier mal Die Packus sind nicht mehr da Weil wir neu geladen haben Ja schade Aber gut Flaschenhandlehrer klingt nach einer Lösung Die Manageable ist Ja Auf jeden Fall Oh unser Erdgas wird mehr Oh mein Gott Wir kriegen wieder Erdgas dazu Ist das zu fassen Leute Ist das zu fassen Erdgas plus Dann wirklich wieder Abo-Eichel Schade Ist da eigentlich mittlerweile Irgendjemand am Verhungern von den Pips Glaube nicht Huch was war das Tuck sofort Nö Keiner am Verhungern So wie Fabi Auch dir vielen vielen Dank Für deinen Follower Dankeschön Und willkommen natürlich Okay Bei den Pips ist nichts am Verhungern Es ist immer noch seltsam Rein theoretisch dürften die da nicht Drin überleben können Sein Befehl Einfach eine Flasche auszukippen wäre Was ja gut Aber den Flaschenhandlehrer zu nutzen Ist ja nicht verkehrt Vor allen Dingen Weil du ja auch sagen kannst Ob Autoabfüllung Ja oder nein Das heißt Dass sie sich das direkt Auch über der Handpumpe ziehen Es ist Es ist jetzt kein Riesenaufwand Sagen wir es so Es ist vielmehr ein Aufwand Das rechtzeitig abzustellen Damit das nicht überläuft Kann ich auch ganz gut Das vergessen Also langsam Scheint es sich zu akklimatisieren So Wir bauen schon mal Hier einen Ziegel hin Dann vernichten wir Da erstmal gleich das Wasser So Also hier läuft noch alles Wie sieht es hier aus So Nächsten Leiter da hinsetzen Dann Die Einstellung Wieder übertragen Und dann können wir Die oberen Wieder zerlegen Und unten Können wir neue bauen So Dann kommen wir heute Hoffentlich nach unten an Wenn es hier Der Dampfgeysir Füllt sich langsam auch wieder Wir haben schon wieder 600 Kilo Dampf da drin Sehr schön Und der ist noch Oh der ist inaktiv Nächste Aktivität In 47 Zyklen Oh Gott ist das bitter Wie schöne Energie Hier gibt es glaube ich Sogar eine Mod Für Ja für sowas gibt es Mag man gleich Am Überlaufen Oh ja Oh ja Oh ja Wie machen wir das jetzt Interessant auf jeden Fall Dass sie schon alles Weggeräumt haben Ja machen wir das so Dann setzen wir hier noch Eine Leiter hin So Okay wir brechen das jetzt hier mal eben ab Weil ich ein bisschen Angst davor habe Dass das jetzt gleich wieder rüber kippt Was soll das bringen Ja das hier reißen wir jetzt gleich wieder weg Carsten Hoffe dann Dass das deine Frage beantwortet El Hallo Schön dass du da bist Ich grüße dich Vielen Dank für dein Raid Hallo Migo Ich grüße dich Na was habt ihr gespielt Scum Hast du da letztens nicht sogar schon gespielt Ich glaube da wollte ich noch mal reingeguckt haben Was das überhaupt ist Was du da spielst Oh hier oben ist noch Magma drauf Sehe ich gerade so am schimmern Hm Nicht so cool Das sollten wir vielleicht mal ändern Besser mitgekommen Migo habe ich gesehen El Schön dass ihr da seid Wie schauts El Alles gut bei dir Kommen wir da überhaupt nach unten Kommen wir da überall dran Vielleicht Vielleicht auch nicht Ja Conny Wolltest du aber Ich bin eh wieder drüber weggekommen Ups Schreib mir das jetzt auf Ja 2L gucken So Wenn wir mal Notizblock hier direkt daneben liegen Für wichtige Sachen Ich bin immer noch krank Leider Aber im Game Nur einmal gestorben Ah ok Wie läufts denn jetzt mit dem Computer Ist wieder alles am Laufen Also ich vermute mal Wenn du wieder am Stream bist Na Kommt Baut ihr den da noch End Aber machen die gleich Sowieso wahrscheinlich Und dann Hallo Deagol Ich grüße dich Bist du gerade mit El Rübergekommen Äh Gibt's da nicht Ach man 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 Es liegt hier wieder magma rum Kann man nicht wahr sein Der neue PC ist mega und das OBS Update hat jetzt auch funktioniert Funktioniert das kann ich jetzt auch an dich updaten So Also es gibt da auf jeden Fall mods Auf jeden Fall Gerade für mods angelegenheiten kann ich euch auch nur empfehlen Schaut mal auf dem Discord vorbei Da gibt's jede Menge Leute die so wie ich ein mod verrückt sind Oder noch mod verrückter sind oder noch mod verrückter sind als ich Und es gibt in großen und ganzen gibt's für fast alles ne mod es gibt noch so ein paar Sachen die mir immer noch fehlen Also wenn hier jemand zuhört der mods macht Ich hätte gerne einen mod mit dem ich mod Profile erstellen kann Das heißt die kolonie die mods Die kolonie die mods Boah das wird mir so helfen Das wäre so schön Da träume ich seit langem dann Da würde ich sogar Geld für bezahlen Das wäre echt toll Geht mir nämlich tierisch auf den Keks Das immer zu wechseln So bin dann auch schon wieder weg Morgen wieder arbeiten Macht's gut zusammen und gute Nacht Ja Miguun vielen Dank dass du noch mit rüber gekommen bist Und dann bis zum nächsten Mal Tschüssi und eine gute Nacht Geld für mods erlaubt Clay nicht mehr Stimmt da war was Aber das war auch mehr so ein Ich brauch das Da muss ja keiner was von mir kriegen Ich kann das schon verstehen dass Clay da sagt Nee Ja Obwohl Kann man sehen wie man möchte Ich glaube wir gehen aber von innen da rein Obwohl das macht keinen Unterschied Macht keinen Unterschied Jetzt von innen oder von außen da rein rangehen Jetzt hätte ich das mal Oh ne stopp Die lassen wir mal da stehen Das Stahl können wir dann nämlich noch wo weg holen Wenn das dann Abgeflossen ist So go Jesse Verbrühe dir nicht da Verbrühe dir nicht den Poppes Oh ihr kommt da gar nicht hin Ja das stimmt aber die Mod kann halt einfach irgendwas nach irgendwo bringen lassen Ohne dass ich Leitungen etc. bauen muss Harry was da los Du kritisierst heute so oft Mods Kennt man gar nicht von dir Vor allen Dingen weil du ja auch sonst immer Mods nutzt Die eigentlich Hardcore Cheater Tools sind Das muss ja jeder für sich selber wissen Was er nutzt und was nicht Also ich mag so Mods halt auch nicht Aber das muss ja auch jeder selber wissen Ich verkrümmel mich jetzt aber auch Wegen OBS Da kam noch eine Version hinterher Jetzt geht's Keine Kritik ist seine Empfehlung Ah ok Wie läuft's denn überhaupt bei dir Harry Du willst doch im Moment am DLC spielen oder So L Ja dann Vielen vielen Dank für den Raid Wie immer Dankeschön Und ja dann Sehen Lesen wir uns die Tage Bis dann Tschüss So Also die Magma hier oben haben wir beseitigt Da Sind wir jetzt gerade Den könnt ihr jetzt auch noch zerlegen Achso Ok macht ihr sowieso Gut Ähm Ja das lassen wir jetzt einfach da liegen Das ist jetzt hier kein riesen Problem Das bisschen Da kriegen wir das sogar gewischt Könnte ja sein dass es sogar weniger ist Irgendwas gewischt Na schade Schade Gut Wir werden da unten wahrscheinlich eh noch wieder irgendwie Umdisponieren müssen Man weiß es nicht Mal schauen wie wir das da gleich Obwohl das dürfte eigentlich gar nicht so schwer sein diesmal Ich glaube das kriegen wir hin Das da ist übrigens falsch Da muss eine Tür hin Ne Mist Der ist sogar falsch Da muss auch schon eine Tür hin Weil hier unten ist Neutronium Da können wir nichts hinterbauen Das ist halt doof Ah ja und derzeit wieder mehr City Skylines Wegen neuem Airport DLC Ah dann müsste ich auch mal Ich habe City Skylines habe ich so viele DLCs und alles Und ich habe es noch nicht einmal gespielt Damals geholt Weil Krillus am spielen war Und ich wollte es einfach unbedingt gespielt haben Und ich bin da nie zugekommen War halt irgendwann ein Humble Bumble Das ist glaube ich ein Angebot gewesen Mit was weiß ich wie vielen DLCs Ja Ist ja vielleicht mal irgendwann was für im Stream Mal schauen Irgendwann Ich sage dir irgendwann Nicht dass ich gleich wieder ärgere von Kerstin Was willst du eigentlich noch alles in nächster Zeit spielen? Vielleicht nicht so viele spielen Das ist das Problem Man hat so viel in der Bibliothek Was man noch spielen möchte Oha da klingt ein neues LP durch Ah ne Ich glaube nicht dass es ein LP werden würde City Skylines Boah kann ich mir nicht vorstellen Tut mir leid Das ist genau wie Planet Zoo So was Würde ich halt zwischendurch spielen Aber Ne Ich würde das nicht als LP machen Ich würde vielleicht einfach mal so zwischendurch mal So wenn ich Bock drauf habe So anzocken Ähm Ich finde das sind dann eher so Spiele Die kann man auch zwischendurch Wenn man nicht weiß So was man gerade machen soll Oder wenn man spontan Bock hat zu zocken Einfach dann weiter zu spielen So auch im Stream So Aber Ich finde so LP mäßig Ne Eigentlich ist das keine Städtebausim Sondern nur eine Straßenbausim Ja Ja Stimme ich dir zu Ja es ist halt Es ist halt schon viel Straßenbau Also das ist auch der große Knackpunkt an dem Ne Also Es ist halt Gerade das Meistens das Problem So Haben wir das Äh Die werden zerlegt Alles gut Und dann können wir hier unten Schon mal die erste Dann bauen Und dann drängen wir das jetzt nach rechts rüber Oder nach links Je nachdem Traffic sim Ja Es ist halt ein cooles Spiel Aber Ich würde es halt nicht im Stream Bosartig Als LP spielen wollen Sehe ich halt nicht Weil ich sagen muss Ich fand es bei Kryllu eigentlich immer sehr spannend Hm Aber ich habe halt auch so andere So viele andere Spiele Die ich eher spielen möchte Vor allem freue ich mich Demnächst auf die Auf die Challenge Dass da mal wieder was Neues gibt Nicht wieder Bock drauf Deswegen war halt auch Überlegung Dann werden wir morgen Abend Morgen Abend 20 Uhr Leute Machen bei Uri Stream Dass wir da weiterkommen Und dass wir dann irgendwann auch mal Gleich dann Mal Mit der Challenge anfangen können 20 Uhr Morgen Abend Ja Etwas später machen Ähm Weiß auch noch nicht genau wie lange Aber Ja Schade aber morgen Abend Kann ich leider nicht Ist ja kein Problem Harry Den ersten Teil von Uri Habe ich hier auch übrigens schon Oder den Ja Die ersten Stunden Uri Habe ich ja auch schon gespielt Sind auch schon Ist auch schon hochgeladen Als VOD auf YouTube Kann ich nur empfehlen Genau wie Horizon Kommen jetzt auch die VODs Äh Nach und nach Aber durch die höhere Qualität Dauert das Äh Bearbeiten durch YouTube Leider extrem lange Wirklich extrem lange Also teilweise Drei bis vier Tage Wenn man kein Partner ist Das ist halt schon Nicht so ganz ohne Ja Und denke mal Bis zum Urlaub Haben wir dann Den Dienstag Mit Horizon Wieder eingeholt Dass die VODs Dann auch immer Zeitnah Wieder kommen können Zumindest Vor dem nächsten Stream So Oh nein Jetzt haben wir wieder Schwein gehabt Habe ich nicht vorhin noch Gesagt gehabt Das ist auch so ein So ein lästiges Thema Von mir So Mann Ich hasse das Ich hasse das Dass man hier nicht Einfach einstellen kann Wie viel Ah Jetzt Nein Wir wissen ja wo wir es Gleich hinkippen können Aber trotzdem Doof So Wir können hier wieder rein Ne stop Den zerlegen Wasser drauf Nein Gut Dann zerstören wir hier Das Wasser da drin Und dann können wir Das ganze Petroleum Was sie jetzt hier Aufwischen Da reinbringen Ich kenne ja noch ein paar Leute Denen das wieder passiert Ori hätte ich gerne Wieder gesehen Ja Harry ist Ist halt nur spontan Wie gesagt Den ersten Teil Der ist auch schon Auf YouTube hochgeladen Kannst du den ja In Ruhe angucken Und den zweiten Gibt es dann die Tage Auf YouTube auch Ist aber ein Spiel Wo ich sagen würde Wenn du es eh nachguckst Schaust dir auf YouTube Nach an Da Finde ich lohnt Die Qualität dann doch schon Wenn man sowieso Nachgucken will So Gleich damit auch durch Den können wir Da schon mal Hinsetzen Ja Boah, wir haben jetzt Hier echt schweigen gehabt Ey Das hätte auch wieder Richtig schief laufen können So Flaschenendeleerer So Dann lassen wir die Autoabfüllung da gleich raus Dass die erstmal Hier die ganzen Flaschen Ne Die hier rumstehen Jetzt wird das wieder loswerden Na Aber ich würde halt Heute wohl noch gerne Den Dampfraum Wenigstens einmal Kurz anlaufen Lassen Wie groß ist der Raum Hier überhaupt Ah, toll Pi mal Daumen 176 8800 Kilo Bräuchten wir Wir haben jetzt hier Eine Länge von Was ist das? 42 42 209 Kilo Pro Fliese Da unten Okay Weißt Wir haben schon genug Wenn ich von 50 Kilo Ausgehe Druck Machen wir jetzt hier mal Dicht und dann lassen wir Dazu Gut Haben wir das Achso Jetzt haben wir hier gar keine Wir müssen einfach noch Lassen wir jetzt einfach mal Wasser drauf laufen Stop Das geht ja einfacher Ach ne Komm Dann haben wir Das vergesst du Dann haben wir hier Riesenüberschwemmung Ne ne Lassen wir mal lieber So Wir brauchen hier Petroleum Nur beim Aufräumen So Dann lassen wir das jetzt hier Aufräumen Hoffentlich reicht das schon Ich glaube es zwar nicht Aber Naja Schauen wir mal Wasserzufuhr stoppen Habe ich ja schon Glaube ich Wenn du das meinst Was ich meine Frank Ich hoffe Ich hoffe es Ich hoffe es Ich hoffe es Na Lett kriegen wir so voll Das wäre schön So Wir brauchen hier Wasser Wir haben noch irgendwo Wasser Zufällig sehe ich gerade Da ist Wasser Müssen wir mal beobachten Ob das mit Wasser reicht Oder ob wir vielleicht Wirklich noch Irgendwie was anderes Hinten machen müssen Die eigentlich eingestellt Nein So Wir sagen hier Ein grünes Signal Ähm Über Pau Wann schmeißen wir raus 180 Würde sagen ja Ich sehe ja schon Also wenn es Batterie gesteuert ist Soll das hier schon Wohl Ordentlich Hitze Drin sein Apropos Batterie gesteuert Da habe ich natürlich Jetzt super Drüber nachgedacht Okay Geht nicht Wir können das Automatisierungskabel Schon mal ziehen So Ist er da Und hier sagen wir Ein grünes Signal Über Ne Unter Puh Keine Ahnung Frage ist wie lang Ist der Weg Von da hinten bis hier Ne Sind schon ein paar Kilo Ah unter 1000 So Das Magmatit Können wir ja schon mal Nehmen Und dann soll das schon mal Durchlaufen Das ist ja sowieso kalt Mal schauen ob das Wenigst schon mal Ordentlich durchläuft Die Wärmetauschplatte Ist auch kalt Wie es sein soll Ist jetzt cool wenn das Wasser hier noch Hinkommen würde So wir haben wahrscheinlich Kein Wasser mehr Und ernst jetzt haben wir Hier nehmen wo mehr Wasser Da Das sieht alles nicht mehr nach Wasser Doch da oben Das ist zu viel Wasser Ist die Automatisierung Bei der Wärmetauschplatte Aktiv Ja Ist sie Aber die Pumpen Haben noch keinen Strom Wir hatten Wärmetauschplatten Untereinander weiter Ich meine doch Also jetzt ja Jetzt Ähm Doch klar Die hat ja Wenn du das jetzt hier siehst 88,4 Genauso wie die Die noch nicht Ja wahrscheinlich brauchen die Erst Dampf drauf Auf der Möglich ist das Gleich sehen Das werden wir sehen Aber die Wärmetauschplatte Die 800 Grad Muss ja auch erstmal heiß werden So Okay das reicht Dann zerlegen wir die mal Dann brauchen wir da noch Eine Batterie hin Die Leiter kann weg Dann können wir jetzt gleich Eigentlich starten oder? Kannst du nicht die Rohre Für die Kühle anschließen? Hm Ja das wäre tatsächlich Noch eine Sache Die wir noch machen könnten Also das ist soweit klar Dann soll es Hier hoch gehen Das kann zurück laufen So Hier durch Und dann Hier Zurück So Stop Das ist falsch Meine Güte Jetzt frickele ich mich aber ein zusammen Das soll nach da Das soll abgetrennt werden So und Das Ding Soll nach da laufen Den lassen wir jetzt auch nochmal Verbunden Dass der auslaufen kann Sobald das leer ist Können wir es dann zerlegen Also nicht vorher Sondern sollte das doch jetzt schon Eigentlich funktionieren Oder? Theoretisch Problem ist wahrscheinlich Wir haben nicht genug In der Leitung Das müssen wir jetzt gleich nochmal kontrollieren Wenn wir genug in der Leitung haben Wir haben noch was da rein Einholen müssen Wahrscheinlich müssen wir da noch Machen wir mal so Zu viel Die Lücke lassen wir da jetzt einfach drin Und fertig Oder wir machen einfach eine Brücke drauf Dass sie es noch nachfüllt Ach nee komm Lieber ein bisschen zu wenig In der Leitung Als zu viel So läuft das auch wieder Was übrigens Quatsch ist Wenn das jetzt noch Diesen langen Weg hier läuft Können wir auch einfach abklemmen Und dann schicken wir die Überreste In die In die Leitung hier rein Als ablaufen kann Und dann ist das Thema auch erledigt So Das Stück kann auch weg Genau wie die zwei Kleinen Stückchen hier Hier müssen wir noch die Autoabfüllung aktivieren Die Luftschleuse hier voll kriegen So und auf was sind die jetzt eingestellt Gründesignal über 6,9 Grad Nee 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 Das ist ein bisschen viel Wir frieren uns hier gleich die Rohre weg Das wäre schlecht So Frage Habe ich noch irgendwas vergessen? Nein klar Das muss jetzt hier noch aufgefüllt werden Aber da müssen wir jetzt nicht unbedingt drauf warten Ah die Batterie da fehlt Fällt euch sonst noch was ein Bevor wir gleich wieder die übelste Katastrophe haben So Da muss noch ein Kabel dran Also die Magma kann leerlaufen Das ist gewährleistet Über die Wägeplatte So Sondern vielleicht Man vergisst immer was Die Frage ist wie dramatisch das wieder stimmt Eine Sache fällt mir ein Habe ich das hier gemacht Ah Okay Brauche ich das da auch so oder nicht? Zur Erklärung, das Ding hier war dafür da, dass der Belader hier nicht zu viel vollgepackt wird, was anscheinend auch nicht mehr funktioniert. Okay, lassen wir das. Ja, müssen wir schauen. Gucken wir mal, was gleich passiert. Fertig. Wir brauchen ja nur ein bisschen Dampf, Kerstin. Wir brauchen ja nur noch ein bisschen Dampf. Ich glaube, den haben wir schneller als man denkt. Von wann bis wann laufen die denn? Die hier auch. 90 zu 90, okay. Dann übertragen wir das doch. Ja, sehr gut mit dem Übertragen. Funktioniert klasse. Okay. Aber wie soll Dampf entstehen, ohne dass die Magma die Wärme an das Wasser abgeben kann? Ja, die Wärmetauschplatte. Wir gucken uns das jetzt. Wir speichern jetzt erstmal und dann starten wir. 530. Ich möchte halt ungern wieder das Vakuum verlieren, aber... Die Wärmetauschplatte übergibt das doch an die Magma. Das hat er eh gemacht. Hast du ja, der hat jetzt ein Metallziegel gemacht. Hm. Ja, eigentlich nach hier hin. Eigentlich. Aber solange da kein Dampf ist, kann sie es nicht abgeben. Richtig? Richtig. So, aber... Erstmal muss das ja hier auch alles... Erstmal ist hier genug Zeug da, was das kühlt. So, und sobald wir Magma-Tid haben, haben wir hier auch ruckzuck Dampf drin. Vielleicht. The real Fabi, das ist... Sehr lieb gemeint von dir, aber das hat bei dir keinen Effekt. Wir starten damit jetzt unfertig. Dann werden wir sehen. Entweder klappt oder klappt nicht. Die Frage, reicht die Kühlenergie von der Platte da aus und alles? Ja oder nein? So. Automatisierung. Die müssen wir da noch dran heften. So, das läuft. Dann brauchen die noch Strom. Haben wir da Strom schon dran gelegt? Also ja, haben wir. So. So. Auf geht's. So, das sieht erstmal schon mal gut aus. Ja, mit der Tauschplatte wird natürlich jetzt immer heißer und heißer. Ich hoffe, dass es schnell genug Dampf dann da dran kommt. Ah, es wird knapp. Ach, Glückwunsch. Okay, es war knapp. Ich gebe es zu. So, gut. Wir haben das nicht wirklich aus Gold gebaut. Wir haben das nicht wirklich aus Gold gebaut. Scheiße. Okay. Gut. Wir lassen das jetzt leerlaufen. Zum Glück ist da Vakuum drumherum. Das kriegen wir schnell gefixt. Das ist zum Glück kein Problem. Uff. Gold ist doch schick. Nein, wir wollen kein Gold. Ach, Mann. Zum Glück ist da drumherum Vakuum. Das kriegen wir super schnell gefixt. Können wir auch schon mal mit anfangen hier. Ja, irgendwas. Irgendwas muss ja auch schief gehen. Sonst wäre es langweilig, oder? Rostet nicht, genau. Mann. Also der Abend ist auf jeden Fall... Der hat sich durchgezogen mit irgendwelchen Failens. Aber es war trotzdem sehr amüsant mit euch. Das Spiel lässt du mich jetzt bitte hier noch zu Ende bauen. Du musst nur noch ein paar Minuten durchhalten. So. Kriegen wir das da durchgeschoben? Vielleicht. Wie stark fühlt sich denn die Magma... Wie stark fühlt sich denn die Magma ab im Rohr, bis sie da ankommt? Bei mir ist das jeweils das Problem gewesen, dass die Magma aussieht, bevor sie ankam. Wir haben hier Keramikleitung. Also es geht. Und mein Frazer, hallo, ich grüße dich. Ein bekanntes Gesicht das erste Mal bei mir auf dem Kanal gibt es ja gar nicht. Schön, dass du da bist. Kann ich dir gleich sagen. Wir müssen es wieder anstellen. Also was ich dir sagen kann ist... Die Magma, die von hier unten gepumpt wird, kommt hier an mit 1630 Grad. Verliert hier ungefähr 2-3 Grad. Und... Bis hier oben sind es 7 Grad ungefähr. 7,8 Grad. Ja, hallo auch. Und dann verlierst du da auch nochmal irgendwie, was weiß ich, lass 10 Grad sein, ist egal. Aber es ist halt Keramik, ne? Das ist deswegen... Also ohne Keramik würde ich es über die lange Strecke nicht machen. Aber sie, dann kannst du normalerweise auch nehmen, wenn es kurze Strecken sind. Also wirklich kurze. Aber auf lange Strecken würde ich mindestens mit Keramik arbeiten. Aber wir haben jetzt hier auch noch Isolat... Äh, hier ist ja auch überall Vakuum. Das muss man halt auch noch bedenken, ne? Also... Dementsprechend könnte auch tendenziell weniger passieren. Selbst wenn da was kaputt geht. Obwohl, es kann jede Menge passieren, sagen wir es so. So. Rohr ist leer gelaufen. Schauen wir mal. Und so hinkriegen. Ob wir das da reingedrückt kriegen. Das wäre schon schön. Aber mir war das Problem, dass ich den Durchfluss noch ziemlich eingeschränkt habe, um den Output des Vulkans zu berücksichtigen. Ja, du darfst die Magma nicht stoppen. Das ist... Das ist schlecht. Also Magma darfst du im, äh, im, äh, im Rohr definitiv nicht stoppen. Immer wenn du stoppst, passieren Sachen, die man nicht will. Hatten wir heute auch schon ungefähr... Ah, keine Ahnung, drei, viermal? Nicht cool. Also es muss wirklich, es muss freilaufen können und es muss vor allen Dingen auslaufen können. Ganz wichtig. Also die letzten zwei Streams waren auf jeden Fall genug, ähm, Negativbeispiele, wie man es nicht machen sollte. 72 Kilo, das ist schon ganz ordentlich. Hatsche Hölle! Wieso macht das hier keiner? Nur beim Aufräumen. Okay, habe ich mich wieder etwas zu viel aufgeregt für Sachen, wofür die Duplikanten nichts konnten. Wieso ist es euch heiß? Okay, das Rolls heißt gut. Ich dachte schon. Ah! Könnte, vielleicht, liegt das hin. Was, Glück, droppt es dann auch nach unten und nicht nach oben? Na, wenn es dann nach oben droppt, ist auch egal. Ja, ich glaube auch. Ah, dann ist das so. Wenn es dann nach oben ploppt, dann lassen wir es hier einfach rausdrucken und fertig. Dann bringen wir es dann halt so weg. Oder halb, halb, ja, meine Prognose. Äh. Ich sage, droppt nach oben. Also es könnte auch nach unten droppen, so ist es nicht. Aber es ist Uni, es droppt immer dahin, wo es nicht hin soll. Also schon, bitte. Ah! Wir haben Glück gehabt, gibt es ja gar nicht. Nicht zu fassen. So, dann macht das mal hier. Äh, stopp. Das holt ihr jetzt mal bitte weg da. Den zerlegt ihr erst. Habe ich die jetzt aus Stahl gebaut? Ja, das wäre jetzt geil gewesen, ne? Wieder aus Gold. So, den Stahl holt ihr da bitte auch weg. Okay, Batterie ist jetzt auch voll. Wahrscheinlich liefen jetzt gerade mal die Solaranlagen durch. Ja, das hole ich da gleich raus. Ist da sonst noch was drin? Ne, gut, Gold. 828 Kilo ist doch noch weit nach oben geploppt. Oder? 828 Kilo? Ja, schon. So. Baut den auch eben und dann... Habe ich das jetzt wirklich aus Magmatid gebaut? Leute, wir machen erst Schluss, wenn das jetzt hier läuft. Ich will das jetzt am Laufen sehen. Wir können ja jetzt nicht vorher aufhören, oder? Geht nicht. Also der Dampfraum muss jetzt einmal richtig aufgeheizt werden und laufen. Ich will das heute jetzt noch laufen sehen. Ich kann halt so nicht ausmachen, das geht nicht. Ich will das jetzt so geil an, wie die da mittlerweile lang rasen. Ach so. Wo weit sind wir denn hier? Hm. Können wir natürlich auch nochmal ihn schnell fertig machen hier. So, und dann können die da oben zerlegt werden. Und dann können die hier die luftgeschlessenen Ziegelzäne bauen. Michael, was hat diese Zahlenanzeige zu bedeuten? Das sind die Kilos, die durch die Leitung gelaufen sind. Das ist die exakte Menge an Magma, die wir durch die Rohre gepumpt haben. Also irgendwo knapp vor den 200.000 Kilos. Einfach, damit wir mal sehen, wie viel Magma in so einem Magma-Bium drin steckt. Pi mal Daumen. Also ganz genau wird es nicht passen, weil wir auch ein bisschen was vernichtet haben und so. Aber wäre schon interessant zu wissen. Der luftdurchlässige Ziegel-Trigger, ne? Weg damit. Schon gedacht, was sieht denn so komisch aus da? So. Jetzt ist alles gebaut. Grünes Signal. Auf geht's. Wie macht der das aus, wenn es läuft? Ja, auf jeden Fall. So, Magma Marsch. Auf geht's. Oh, bitte. Jetzt funktioniert alles. Gut, die Wärmetauschplatten sind aus Diamant. Das ist auch schon mal gut. 73 Kilo, das ist eigentlich auch eine gute Zahl. Vielleicht müssen wir da auf Dauer... Oh. Lassen wir jetzt mal jemand auslaufen. Diesmal habe ich es passend erwischt. Ach, nicht nochmal. Also wird sowieso nochmal passieren, aber nicht mehr heute. Hoffe ich. So. Temperatur steigt. Batterie ist noch voll aufgeladen. Ja, wir haben gerade wahrscheinlich die Sonnenkollektoren Mitte des Zyklus. Ja, die geben gerade richtig Stoff. Aber dann hat der Dampfraum auch erstmal genug Möglichkeiten, sich jetzt voll aufzuheizen hier. Den Spruch kenne ich. Und was kann da schon bei schief gehen? Nein. Jetzt wird er jetzt sich kontinuierlich hier... ...aufheizen. Jetzt kannst du die Freizeitgerätschaften wieder anstellen. Stimmt. Machen wir das jetzt auch? Ja, komm. Wir haben hart dafür gearbeitet. Ja, voll. Stimmt. Ihr habt dafür ganz schön viele Verbrennungen heute durchmachen müssen. Da können wir nichts... Das ist übrigens nicht so cool, dass das Ding hier läuft. Auch wenn ich euch den Espresso wirklich gönne, aber wir haben nicht die Pinscher-Pfeffernüsse über. Weil die exakt fürs Essen gedacht sind. Und da müssen wir erst noch Pinscher-Pfeffer für anbauen. Gebäude aktivieren. Wir haben übrigens heute nicht eine Abo-Eichel dazu bekommen. Ist das nicht geil? Vier Stunden gestreamt und nicht eine Abo-Eichel ist dazu gekommen. Boah, ich kann kotzen, ey. So, die sind an. Ihr wollt euch auch wieder sonnen, ne? Bräunen. Komm, machen wir die auch wieder dran. Ah, da fehlt noch eine. Mit Bräunung. Mit Bräunung. M-Phaser, was ist denn da los? Vielen, vielen Dank für dein Prime-Sub. Dankeschön. Und dann viel Spaß mit den Emotes. Danke, danke, danke. Unfassbar. Ohne Kaffee arbeiten? Wie soll das denn gehen? Das habt ihr vorher auch geschafft. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Geht ja nicht vier Stunden ohne Abo zu streamen. So. Ach, Mist. Mir fällt noch ein, wir haben heute gar nichts anderes hier gemacht, ne? Ja, okay. Guckt euch das an, es wird mehr Erdgas. Ach, herrlich. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Und deswegen liebe ich diese Tankanzeigen. Ihr seht, mit einem Blick ist es mehr geworden, ist es weniger geworden. Ach, herrlich. Ich liebe die Dinge. Ich lieb's. So. Okay, hier ist gerade auf jeden Fall schon ziemlich hot. Hier hinten noch nicht so. Aber wahrscheinlich, ja. Einfach aus dem Grund, dass die, das heiße Zeug hier reinkommt. Das ist das Problem. Heiße Zeug wird jetzt erstmal hier und fährt dann langsam durch. Ich meine, das, ja, das verteilt sich noch. Aber ich glaube, es wäre noch sinnvoll, wenn wir Wärmetauschplatten hier reinbringen. So. Am besten natürlich mit einer ordentlichen Übertragung. Wie viel Diamant haben wir denn? Eine ganze Menge, was wir haben. Okay. Jetzt war der Geilste, machen wir das vorher. Dann haben wir immer noch genug. Das macht mir hier vorne nämlich gerade ein bisschen Sorgen, dass das zu heiß wird. 275 Grad ist nämlich so eine Schwelle, wo ich jetzt nicht unbedingt drüber kommen möchte. Dann machen wir hier drüber nochmal Wärmetauschplatten aus Magmatid oder so. Die noch ein bisschen mehr auffangen können. Nein, das wird sich einspendeln. Das ist kein Problem. Gerade wenn wir jetzt hier noch mehr Dampf einbringen werden auf Dauer. Das muss man mal beobachten. Grundsätzlich bin ich gerade auf jeden Fall schon mal happy, dass soweit alles funktioniert. Gut, die laufen jetzt gerade vielleicht auf ein bisschen zu viel Leistung. Ist das heiß da? Das verteilt sich auf jeden Fall schon mal. Okay, wir müssen das jetzt mal eben hier stoppen. Es könnte sein, dass 10 Kilo pro Sekunde zu viel sind. Könnte sein. Ich meine, das sind halt schon 8 Stück, ne? Ja, da müssen wir glaube ich noch ein bisschen tüfteln in den nächsten Tagen. Sobald die Batterie aber voll ist und die Dato aufhören, wird es wohl schnell zu heiß. Eventuell noch eine Logik einbauen, dass die Hitze zu hoch ist, dass sie dann auch laufen. Genau. Also es wird ausgegeben über die Temperatur hier. Und wenn hier zu viel liegt, werden die Pumpen abgestellt, damit die Magma auf jeden Fall durchlaufen kann. Wenn dann hier zu viel liegt, ist das nicht so schlimm. Was wir vielleicht noch machen könnten wäre, den mit zu automatisieren. Dass der in dem Moment dann auch aufhört zu beladen. Weil wir werden uns sowieso mal über der 180 Grad wahrscheinlich aufhalten. Ich glaube nicht, dass wir großartig da drunter kommen. Die Frage ist, inwiefern müssen wir die Mengenzufuhr begrenzen? Das ist halt schwierig. Können wir vorstellen, dass 10 Kilo selbst für die 8 Dampfturbinen zu hart sind? Das ist immer noch zu heiß hier vorne. Aber das heißt stark, da wollen wir ja entgegenwirken. Also ich möchte wenig Temperaturschwankungen haben. Deswegen ist es gut möglich, dass wir vom Dampfdruck auch noch deutlich höher gehen. Ich möchte halt ein wenig... Genau, also es wird sich einpendeln. Die Frage ist, wie viel Wasser müssen wir hier reinbringen? Wie viel Wärmentauschplatten müssen wir hier vielleicht reinbringen? Damit wir es... Damit wir wenig Schwankungen haben. Also es soll stabil auf der Temperatur bleiben. Aber jetzt gerade beim Anfahren wird es halt erstmal dauern. Bis wir die Temperatur überall da haben, wo wir sie haben wollen. Können wir nochmal... Wir haben da hinten auch Eisen liegen. Da kann da hinten auch unfassbar viel Eisen liegen. Dann bringen wir hier einfach nochmal... Eisenwärmetauschplatten dran. So. Und... Was wir machen ist... Auf jeden Fall mehr Wasser hier reinbringen. So. Wir schalten die Automation erstmal aus. Und dann soll das mal so laufen. Ja. Gut. Aber ihr Lieben, ich würde sagen, dann... Das Tüfteln kommt beim nächsten Mal dran. Dann machen wir jetzt Schluss. Und dann machen wir Ihnen jetzt mal so laufen. Und dann ist es schon so laufen. Ja. Apa一定要? Untertitelung des ZDF, 2020